Halli, halli und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Troll-Report-Experiment. Ganz bewusst kein Troll-Report-Live-Bericht-Experiment, denn ihr seht, videomäßig ist nicht sonderlich viel zu holen. Das ist ja so wieder so eine reine Podcast-Angelegenheit. Da wollte ich auch mal wieder so ein bisschen einsteigen in diese Sparte. Es ist tatsächlich recht erstaunlich, wenn man eine ganze Weile so Let's Play-Kram macht oder Vlogs oder wie auch immer man das würde nennen wollen. Und man ist dann irgendwann so ein bisschen dahin gegroovt, dass man sagt, nee, ich will irgendwie Versprecher, Verhaspler oder dergleichen mehr einfach für einen besseren Flow und für eine bessere Verständlichkeit und für vielleicht auch eine bessere Hörbarkeit dann einfach rauscutten. Es verändert wirklich die Art und Weise, wie man spricht. Also ich komme ja nun eigentlich ursprünglich eher aus dem Podcast-Segment, damals mit dem Troll-Report, einige Jahre wirklich sehr gerne und teilweise auch sehr intensiv gemacht. Aber so wirklich flüssig reden und einfach mal sagen, hey, wenn ich mich jetzt einmal verhaspel oder irgendwie reuspern muss oder sonst was, lassen wir es einfach drin. Da habe ich mir inzwischen eher antrainiert, dann lieber nochmal ein bisschen weiter vorne anzusetzen, um einen sauberen Übergang zu haben. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Also in den Live-Berichten habe ich zumindest das Gefühl, war früher noch bedeutend mehr, ja, so diese deutlichen Cut-Punkte zu hören. Ja, das finde ich, merkt man ganz besonders jetzt im Vergleich von den Mass Effect 2 Episoden zu den Dark Souls-Geschichten, weil bei Dark Souls, die sind ja jetzt sehr neu. Da kann ich also jetzt dann auf knapp anderthalb Jahre, die ich den Live-Bericht Blödsinn schon mache, irgendwie zurückgreifen an Erfahrung und ja, auch dieser Translationsarbeit, die man leisten muss. Okay, was mache ich vor dem Mikro, was nehme ich also auf und was bereitet mir das in der Post-Production für Schere rein und wie klingt dann das mit vernünftigen Mitteln erreichbare Entro-Zutat. Anyway, eigentlich hatte ich ja gesagt, dass ich gerade so ein bisschen Winterpause machen möchte. Das war, glaube ich, in der letzten releaseden Mass Effect Episode hatte ich das angekündigt am Ende oder vielleicht kommt es auch in der nächsten, dann haben wir es auf dem Kanal auch nochmal gesagt. Also zumindest das Restefestessen geht in eine kleine Pause und das hat halt unmittelbar auch damit zu tun, was ich gerade schon gesagt habe. Also es ist einfach eine so eine Treu-Report-Episode, es ist wirklich, wirklich sauaufwendig, das so hinzukriegen mit meinen Fähigkeiten und meinen Mitteln. Andere Leute würden es vermutlich schneller hinbekommen, vielleicht auch schneller besser hinbekommen, aber man muss ja mit dem arbeiten, was man hat. Und man kann also sagen, ich hatte jetzt nochmal ein bisschen Statistik geführt, für so ungefähr eine Stunde Treu-Report, Restefestessen, Mass Effect oder auch Dark Souls Episoden. Die nehmen sich tatsächlich nicht so viel. Bioshock geht einen Tacken schneller. Kannst du halt sagen, also auf eine Stunde Rohmaterial kommen ungefähr vier bis sechs Stunden Arbeit, weil ich wirklich die komplette Audiospur einmal Stück für Stück für Stück auseinander seziere und mir angucke, okay, passt es hier jetzt gerade, wo können wir einen Übergang machen, habe ich mich irgendwo verhaspelt und neu angesetzt, wie kriege ich das irgendwie hin, dass es sich dann immer noch halbwegs anhört. Und also so sehr ich auch immer über Jump Cuts lästere, gerade im Audiobereich benutze ich die halt ganz massiv, teilweise hört man es halt, teilweise hört man es nicht, wie auch immer. Das führt also im Endeffekt halt dazu, dass das wirklich, wirklich anstrengend ist, überhaupt mal eine Folge fertig zu bekommen. Und in Verbindung halt mit der Tatsache, dass momentan Arbeitsdoppelbelastung, die zum Glück heute an diesem Freitag, dem 31.01. erstmal ihr ändert, konnte die Studenten in der Veranstaltung, die ich da geleitet habe, hoffentlich gut und halbwegs zufrieden jetzt in die nahende Prüfungszeit entlassen. Dadurch entschlackt sich das vielleicht ein bisschen, aber sagen wir mal so, die letzten zwei Monate, die waren schon ziemlich tough, weil auf Arbeit viel Anstand. Und ich arbeite da an coolen Projekten, ich meine, ich darf an Robotern mitbauen, das ist schon mal eine ziemlich coole Angelegenheit. Und ja, hab darüber hinaus auch die Gelegenheit, quasi so verschiedene andere Projekte mit reinzuschauen, viel mit Technik. Ingenieur, Psychologe, wer das nicht weiß, ist ja das, was ich so ein bisschen mache. Also quasi Usability-Manage, Human-Factors-Kram, wie auch immer man das würde nennen wollen. Aber es war halt einfach sehr viel, da kam halt Uni noch dazu. Und dann war es halt so, dass ich mir, wenn ich überhaupt auch nur daran denken wollte, irgendwie meine Release-Schedule zu halten, dann waren das einfach wirklich brutale Nachtschichten, die ich dann geschoben habe. Ungefähr immer so zweieinhalb Stunden zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich schon hätte im Bett sein sollen, um am nächsten Tag wieder volle Power zu haben. Habe ich mich dann trotzdem durchgeboxt, weil es mir wirklich wichtig war, das zu machen, was ich jetzt eine ganze Zeit lang schon geschafft hatte. Nämlich die Release-Schedule so halbwegs halten. Das wollte ich gar nicht einreißen lassen, weil ich weiß, wie das ist. Langweilig wird mir nie. Es gibt immer irgendwie was zu tun und tatsächlich war diese Release-Schedule auch eine ganz wichtige Geschichte, damit das Ding einfach am laufen bleibt. Und wenn du dann aber irgendwann so ein bisschen runter bist mit den Nerven, dann, naja, guckst du halt, Okay, beim Mass Effect beispielsweise war es die längste Zeit so, dass ich ziemlich genau sehen konnte, dass es eine einzige Person gab, die das aktiv geguckt hatte, wofür ich halt immer noch total dankbar bin. Und ich nehme es auch überhaupt niemandem krumm, wenn er, obwohl er sozusagen weiß, dass es existiert und da vielleicht auch mal reingeschaut hat. Wir reden da vor allen Dingen von Leuten, mit denen ich auch persönlich Kontakt habe, Freunde, Bekannte, etc. Wenn die einfach nicht die Zeit dafür haben, das ist völlig in Ordnung, da werde ich überhaupt nicht rummosern. Aber es bleibt halt der Fakt, du schrubbst halt nach Schichten wie Blöde für etwas, was einfach komplett ungehört im Äther verschallt. Und zu besseren Zeiten ist es dann so, dass mir das eigentlich scheißegal ist. Natürlich könnte ich halt jetzt auch hingehen und versuchen irgendwie über Twitter, man merkt, wie viel ich mit dieser Kommunikationsplattform zu tun habe. Nee, über Twitter oder Facebook oder sonst irgendein Kram, da versuchen irgendwie so ein bisschen Bass zu generieren und irgendwie mich da so voll reinzuhängen, um den mysteriösen und potenziell rachsüchtigen Götzen, der da ist, der YouTube-Algorithmus, den irgendwie zu besänftigen und irgendwie Leute zu akquirieren. Das war aber nicht der Plan, ist es auch immer noch nicht. Die ganze Torreport-Live-Geschichte war im Ursprung eigentlich wirklich einerseits so ein bisschen ein Mittel für mich selbst, so bestimmte Skills zu erlernen und auch zu schärfen. Also genau was Videoschnitt angeht, etc. Irgendwas mit Medien zu machen, weil das in meinem Job durchaus auch manchmal hilfreich sein kann, da ein bisschen Ahnung zu haben. Und wann ich das Skillset ohnehin irgendwie mit aufnehmen wollte. Und in zweiter Instanz, das hat dann leider nur bedingt so geklappt, hatte ich mir immer gewünscht, keine Ahnung, irgendwie dieses coole Gefühl zu haben von irgendjemandem, den du kennst, der macht halt Shit. Der produziert, irgendwie war es ein Video. Manchmal gab es ja so irgendwie einen guten Freund von mir, der schließt halt regelmäßig Fotos. Schöne Grüße an Carrick an der Stelle, falls du das hier irgendwann mal zu hören bekommst. Und da freue ich mich einfach immer wie Burzel, wenn ich irgendwie was wirklich Cooles, es muss nicht perfekt sein, aber etwas, wo du die Leidenschaft rausmerkst, wo du merkst, da haben sie sich Mühe gegeben. Und das irgendwie zu konsumieren, ist für mich persönlich natürlich irgendwie nochmal einen ganzen Tacken cooler, als wenn ich mir irgendein x-beliebiges YouTube-Video von einem Typen, der zwar 1,2 Millionen Follower hat, aber den ich sonst nicht kenne und der mich sonst auch an sich nicht interessiert, mir das dann reinziehe. Ja, das war so ein bisschen die zweite Idee. Und die dritte Idee war es natürlich auch, irgendwie eine Möglichkeit zu haben, die Medien und vor allen Dingen die Storys, ich meine, es geht ja immer um Narrative bei mir, irgendwie so zu teilen. Und auch eine Möglichkeit zu haben, beispielsweise nicht zockern, irgendwie mal zu zeigen, hey, warum bin ich denn so manisch besessen von einem Dark Souls, von einem Mass Effect? Warum hört man immer wieder, dass Bioshock eines der faszinierendsten Spiele und die Serie auch durchaus eine der faszinierendsten Serien überhaupt ist, warum sie das Medium-Videospiele so weitergebracht haben. Und das sind Leute, von denen ich glaube, dass sie an diesen designtechnischen Aspekten oder an den Geschichten, die dort erzählt werden, richtig Spaß haben könnten, es sind aber halt einfach keine Zocker. Ja, so. Und dann irgendwie war da halt die Idee, na, dann hat man vielleicht was in der Hinterhand, etwas wo, man könnte natürlich auch irgendein x-beliebiges Let's Play sich raussuchen, aber ich habe halt relativ konkrete Vorstellungen gehabt, wie ich glauben würde, wie ich das am liebsten jemandem nahe bringen würde, dieses Hobby, was mich de facto einen Großteil meines bewussten Lebens begleitet hat. Ja, und das musst du halt selber machen, ne? Ja, genau. Und genau aus diesen Gründen, diese drei Gründe, deshalb gibt es halt den Trollport-Live-Bericht und eigentlich aus keinem anderen, es geht nicht darum, irgendwie 100 Abonnenten oder 1000 Abonnenten oder 20.000 Abonnenten zu haben, schon 30.000 Mal geht es mir überhaupt gar nicht darum, irgendwann mal hier so einen subsistenten YouTube-Kanal irgendwie auf die Beine zu stellen, das ist auch nichts in der Sache. Ähm, aber, äh, ja, wenn man dann halt, wie gesagt, so Nachtschichten schrubbt und man sieht halt, okay, es ist einfach egal, was man sich irgendwie für Jokes überlegt, wie viele Stunden man vielleicht manchmal an einem LoL-Troll rumarbeitet, also man kann beispielsweise sagen, in der ersten Episode von Dark Souls, also der ersten richtigen, äh, hab ich ja dieses kleine Werbungs-Bit drin gehabt. An dem Ding hab ich halt auch irgendwie anderthalb Stunden irgendwie rumgeschraubt, bis ich es irgendwie so da hatte und hab mir irgendwie überlegt, was sind irgendwie so gaggige Einsprecher und hab die dann eingesprochen und es hat 50 Mal nicht funktioniert oder klang scheiße und, ähm, ja, es steckt richtig Arbeit drin. Und wenn du dann irgendwie davon ausgehen kannst, okay, das ist ja eh kein Mensch, dann wird man halt in schwachen Momenten dann vielleicht dann auch ein bisschen, ja, schwach halt, ne? Also, das also mal kurz zum Hausmeister-Part, was es denn mit dieser Pause auf sich hat, also das Rest der Festessen wird jetzt definitiv, vermutlich, ohne dass ich zu viel versprechen möchte, drei Wochen, vielleicht vier erst mal pausieren. Das Rohmaterial ist alles schon im Kasten, es geht wirklich nur um die Post-Production. Ähm, die Dark Souls-Folgen laufen auf jeden Fall noch ein bisschen länger, einfach weil ich da in, ähm, meinen Ferien, in meinen Weihnachtsferien, also nach Neujahr, die paar Tage, die ich da frei hatte, ähm, sehr viel weggeschnippelt hatte. Ähm, und ja, und wenn ich die auf Alde liegen habe, dann kann ich ja genauso gut auch mal irgendwie zum Besten geben. Ähm, wenn alles klappt, wie ich es mir vorstelle, haben wir zumindest bei Dark Souls dann keine Verzögerung. Jo, ähm, genau, und trotzdem bin ich halt schon wieder hier und, äh, sammle irgendeinen Kram ein. Äh, die Idee, das habt ihr jetzt vielleicht schon gemerkt, im Gegensatz zum Treu-Report-Live-Bericht, äh, ist halt, ähm, für mich einfach irgendwie so ein Outlet zu haben, einfach mal ein bisschen quasseln zu können. Und, ähm, das bedeutet, dass ich de facto nicht schneiden werde, das wäre halt komplett sinnlos. Ich nehme mir eine kleine Auszeit, um wieder ein bisschen Kraft zu tanken und in dem Tempo, was mir gut passt, halt schon ein paar Episoden vorproduzieren zu können, dass ich nicht wieder in so einen Produktions-Crunch reinkomme. Und, äh, mich dann hier hinzusetzen und dann wieder 30.000 Stunden an diesem Ding hier rumzuschräubeln. Deshalb ist es halt ein Experiment, das ist halt raw and uncut. So würde es sich normalerweise anhören, wenn ich sowas hier mache. Also könnten sich rein theoretisch auch die Let's-Play-Dingys anhören, würden sie sich wohl auch anhören, wenn ich streamen würde. Aber, wie gesagt, das, ähm, nö, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ich glaube, an sich bin ich mit dem Format für die Live-Berichte schon relativ zufrieden. Ja, und es ist halt ein Experiment. Können mal gucken, ob euch das gefällt oder ob ihr sagt, naja, da kann man auch als Podcast, kann man das so eigentlich nicht, äh, da funktioniert so nicht. Ja, dann war es halt mal ein Experiment und dann ist gut. Gut, das auf jeden Fall, ähm, es gibt aber natürlich den konkreten Anlass, warum ich diese erste Folge von, jetzt sage ich es endlich mal, dem Treu-Report-Assoziations-Blaster ins Leben gerufen habe. Ähm, denn wie der Name Assoziations-Blaster schon sagt, äh, nicht nur wird hier nicht geschnitten, sondern ich habe auch de facto kein Skript. Also, ich habe mir nicht irgendwie nicht mal Bullet-Points, wie ich es bei einer normalen Treu-Report-Podcast-Episode mit, ähm, ja, einem Gast tun würde, sondern, ähm, ich assoziiere einfach mal frei raus, ähm, am Ende des Tages, also sozusagen, das Mindeste, was das hier ist, ist mal so schön quasi ein Piktogramm oder ein Seismograph der Art und Weise, wie ich denke. Oftmals tatsächlich relativ klasterig und von einem ins andere und, ja, halt wie so ein Assoziations-Blaster. Ähm, auch wenn es kein Skript gibt, gibt es aber einen ganz konkreten Anlass. Und zwar, ja, die Tatsache, dass ich diese Nacht, ähm, sehr schlecht geschlafen habe. Ähm, und das aus einem ganz bestimmten Anlass. Ich habe es ja schon gesagt, Aufnahmezeitpunkt jetzt, 31.01.2020. Ich denke mal, wahrscheinlich morgen oder übermorgen werde ich das hier einfach mal zum Besten geben. Vielleicht schaffe ich es direkt bis morgen, das wäre natürlich cool. Ihr werdet es ja sehen, wann es hochgeladen ist. Ähm, und der Grund, warum ich schlecht geschlafen habe, war nicht nur, dass mir heute ein ziemlich brutaler Tag, wie vorhin ausgeführt, bevorstand, sondern es gab, äh, last minute ein Ding, was mir wirklich erst die Kinnlade hat runterklappen lassen und mich dann sehr, sehr nachdenklich und wütend und, ähm, ja, auch ein bisschen besorgt hat werden lassen. Ähm, für diejenigen, die ja selber halt ordentlich zocken oder zumindestens häufiger mal, was weiß ich, im Reddit unterwegs sind, oder, ähm, ja, sich die obligatorischen YouTube-Videos zum Thema Analysen aus der Industriebranche angucken oder halt selbst GameStar oder PT Games oder sowas, die Online, ähm, Dependancen irgendwie regelmäßig besuchen, die wir uns mitbekommen haben. Ähm, ähm, in dieser Woche ist etwas released worden, ähm, etwas, worauf ich zugegebenermaßen, wie der besseren Wissens auch schon relativ gespannt war, ähm, und zwar Warcraft Reforged. Das ist jetzt vermutlich nicht so sonderlich überraschend, weil irgendwie werde ich das auch im Titel verstecken. Ich meine, das ist das Hauptthema der ganzen Episode. Die ersten zehn Minuten waren, ja, eher so das Bunte drumherum, wo man vielleicht hoffentlich auch merkt, das war halt eine Überlegung, die ich vorhin echt hatte. Willst du das echt bringen, ähm, jetzt über Warcraft zu quatschen, weil momentan quatscht gefühlt jeder über Warcraft und stündlich während des Meer an Videos und Analysen. Und Blizzard, you died! Blizzard, you're dead to me! Blizzard, du mein Schwein! Ich will mein Geld zurück! Oh, oh, lol! Ähm, und ich finde das schrecklich, äh, halt quasi immer diesem Trend hinterher zu jumpen. Das war einer der ersten Tipps, die ich im Übrigen, ähm, immer wieder ins Gesicht geknallt bekommen habe, als ich angefangen hatte, mich mal für den Toy Report Live-Berichten ein bisschen mit der Materie zu beschäftigen. YouTube und wie funktioniert's und so. Ist immer, ja, du solltest auf jeden Fall, wenn du regelmäßig Videos, äh, hochlädst, solltest du vorher mal gucken, wonach die Leute am meisten googeln. So, guck dir die Google-Trends an und die YouTubes, äh, die YouTube-Suchergebnisse, das ist Autocomplete und was da sozusagen Trending-Topic ist. Und dann mach dazu was, denn so generierst du irgendwie Zuschauer. Und dann dachte ich mir so, puh, nö, weil warum? So, ähm, aus vielerlei Gründen und wahrscheinlich auch ein bisschen als Berufskrankheit bin ich, was dieses Aufmerksamkeitsmanagement angeht oder die Aufmerksamkeitsökonomie, ähm, das ist mir einen ganzen Tacken zu nah an der Manipulation und lebt ein ganzes Stückchen zu sehr von einer Art und Weise der Informationsverarbeitung, von der ich weiß, dass wir Menschen, sie einfach quasi viel in die Zukunft gerne machen, die ich aber nicht so gut finde, hab ich an einigen Stellen schon mal durchblicken lassen. Also, dieses ohne groß nachzudenken, einfach, äh, Hören auf Dude, Durchzug schalten und, äh, konsumieren. Ähm, so der schnelle Klick ohne viel, nur nachdenken, das spielt da irgendwie alles ein bisschen mit rein in diesem, ja, fange die Leute möglichst auf, ähm, so, wenn sie nach irgendwas Bestimmtes suchen, meine ich. Das muss von meiner Seite her nicht sein, ich hab ja auch den großen Vorteil, dass ich halt, wie gesagt, beim Toreport nicht darauf angewiesen bin, irgendwie meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Es soll jetzt also nicht so sein, dass ich irgendjemanden jetzt dafür verdamme, dass wir's machen, ich sag's ja immer ganz gerne, ne, hate the game, not the players. Zumindest im Großteil, ich versuch's, das so zu halten. Ja, also, ähm, hab ich also allein aus dieser Überlegung echt überlegt, ob willst du echt was zu Warcraft 3 machen? Aber da ist wirklich was, das liegt mir extremst auf dem Herzen. Und die Idee ist jetzt also nicht, dass ich halt auch nochmal das in die Welt schall meinen will, was alle schon sagen, nämlich, ja, Blizzard ist tot, ähm, und, oh lolol. Äh, das wird definitiv auch kurz zur Sprache kommen, aber aus dieser ganzen Aktion kommen eigentlich noch ein paar Schlussfolgerungen raus, die tatsächlich ein bisschen konkreter sind und über die Tatsache hinausgehen, dass Leute, denen das Spiel jetzt sehr am Herzen lag, über einen langen, langen Zeitraum. Und da gibt es einige, aber am Ende des Tages konnte Warcraft 3 selbst zu Bestseiten nie mit so einem League of Legends oder Call of Duty oder so konkurrieren. Also, ich hab das Gefühl, für das, was da gelaufen ist, ist der Aufschrei eigentlich noch eher so ein bisschen aus der Observer-Perspektive, sag ich mal, ne, wenn man sich so die Artikel durchliest. Ähm, genau, also diese ganze Geschichte hat mir eins noch mal ein bisschen vor Augen geführt, äh, worüber ich halt ganz gerne noch mal ein bisschen würde reden wollen. Und, ähm, ja, das ist auch der Grund hier für diesen Assoziationsblaster, äh, weil ich mir nämlich denke, nicht, dass ich da jetzt versonderlich was, sagen wir mal, genial Neues so beizutragen habe, ähm, sondern, weil ich tatsächlich viele Podcasts auch so konsumiere, dass, ähm, ja, ich mich zu einem bestimmten Thema quasi in Anführungszeichen beschallen lasse. Und das, was ich dort höre, gerade wenn es irgendwie eine Diskussion auf einem etwas höheren Niveau ist und, ähm, ja, nicht nur der reinen Unterhaltung dient, sondern irgendein Thema ist was, worüber man mal nachdenken kann, ne, klassischerweise, dann, ähm, ist es halt so, dass ich sehr häufig versuche, der Argumentation der Leute zu folgen und über dieses Beschäftigen mit, okay, wie diskutieren die gerade und was für Argumente tauschen die aus, wie stehe ich zu diesen Argumenten, dann für mich selber irgendwie zum Punkt komme. Das sind meine schönsten Podcast-Erlebnisse immer gewesen, wenn ich so mitten in der Bahn oder meistens dann im Auto, äh, im Auto oder wenn ich irgendwie per Pädis unterwegs war, wenn einmal so kurz dastehen, dachte ich mir, hm. Und das muss gezwungermaßen nicht immer mal unbedingt nur rein ein Argument sein, was dort gerade gebracht wurde, dass ich also wieder wie der Hund vorm Grammophon sitze und sage, oh, das war jetzt einleuchtend, das übernehme ich jetzt in mein Selbstbild, da kommt auch mehr als häufig vor, ne, aber manchmal auch diesen Moment, wo man einfach nur, indem man mal mitdenkt, zu irgendeinem Punkt kommt, der dann auch durchaus dem, was gesagt wurde, komplett so widerlaufen würde, weil man sich sagt, ey, okay, nee, Leute, das Argument trage ich nicht mit. Und zwar denkt man dann vielleicht zu sich selbst, aus den und den Gründen finde ich das jetzt gerade extrem schwachsinnig. Und, ja, das ist also so ein bisschen die Idee hinter dem Assoziationsblaster, so einerseits so ein bisschen Grundbeschallung. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe, während ich hier erzähle, die ganze Zeit auch einen extrem smoothen Chill-Out-Launch-Mix auf den Ohren. Vielleicht packe ich den sogar eisenhart runter. Geld wird damit ja eh wieder nicht verdient hier mit dem ganzen Quatsch. Vielleicht ist es dann einfach ganz nett, das so ein bisschen nebenbei zu hören oder zum Einschlafen oder dergleichen mehr. Würde mich auch nicht stören. Naja, genau. Jetzt muss ich mich langsam aber wirklich mal aus der Hausmeister-Abteilung so ein bisschen hin zum Thema orientieren. Vielleicht zollen wir das Ganze mal wie folgt auf, bevor ich nochmal versuche, ganz kurz zu recappen, was es denn mit diesem ganzen Warcraft 3 Reforged Fuck Up auf sich hat und warum mich das jetzt irgendwie so mitnimmt und was da die Aspekte sind, die mich heute Nacht ernsthaft länger als es gut war haben wachliegen lassen. Versuche ich erstmal so ein bisschen den Rahmen aufzuspannen mit zwei Anekdoten. Hier machen wir einen Cut. Würde ich nicht vom Fleck. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe nur kurz kacken. Und die erste Anekdote, die bezieht sich effektiv auf die Art und Weise, wie ich heutzutage zu dem Thema Idole oder große Vorbilder oder dergleichen mehr stehe. Das ist ein Bit, was wir schon mal in einem ganz neuen Plauschangriff, wollte ich schon gerade sagen, Jesus, in einem ganz neuen Torreport-Podcast angesprochen hatten. Ganz neu, insofern, den haben wir Mitte letzten Jahres aufgenommen und ich habe es jetzt immer noch nicht geschafft, den zu schneiden. Sorry, Bert. Aber ich sitze dran. Bin jetzt ungefähr halb durch und ich hoffe mal, auf der Geschäftsreise kann ich da noch ein bisschen was reißen. Also der kommt auf jeden Fall, sollte ursprünglich als kleiner Teaser, den ich glaube auch schon mal in Mass Effect gebracht hatte, sollte das so ein bisschen ein Recap des letztjährigen Dark Trolls sein. Und in einem zweiten Teil haben wir uns noch ein bisschen zusammen mal Politik und Metal ausgelassen. Jetzt wird es eher so ein bisschen quasi hoffentlich in den Appetizer auf das bereits wieder nahende Dark Troll. Ja, da hatte ich dann schon mal angebracht, ich bin heutzutage in meinem zarten Alter von, sagen wir mal, knapp über 30, das klingt vielleicht noch ganz nett, bin ich relativ illusionsfrei, was, sagen wir mal, ganz brutal gesagt die Vergötterung von irgendwelchen Promis oder Künstlern oder dergleichen mehr angeht. Und der Hauptgrund, warum dem so war, ich hatte da durchaus auch meine Phase so in den ganz wilden jungen Jahren gerade frisch irgendwie so in den Metal reingerutscht auf einen sehr ungewöhnlichen Pfad. Meistens hat man ja da so entweder über Nightwish, irgendwie so ein bisschen was Zwifteres oder selbst Gamma Ray. Vielleicht hat man irgendwie Eltern, die so ein bisschen im Rock verhaftet sind oder ein bisschen Skorpions oder sowas. Ist ja auch ein schöner Einstieg. Sehr viele Leute. Metallica. Das war bei mir alles nicht der Fall. Ich kam eisenhart aus der, ist mir egal, Hauptsache es gefällt Richtung, wie man bis heute immer noch ein bisschen merkt, ob es nun Trashy Star Euro, Pop, Dance oder dergleichen mehr ist oder, sagen wir mal, früher Hip-Hop oder Techno. Das war mir völlig Wumpe. Hauptsache die Bucke hat mir irgendwas gegeben. Und das erste Metal-Album, was ich tatsächlich besessen habe, ist die Storm of a Light's Bane von Dissection. Da bin ich mehr oder weniger durch Zufall drüber gestolpert. Auf Kanälen, die inzwischen, glaube ich, ausreichend lang verjährt sind, dass wir vielleicht mal darüber reden können. Das war tatsächlich Napster. Da war ja die gute alte Zeit Napster, diese Tauschbörse. Man war jung, hat kein Geld und plötzlich kann man alle Musik für sich haben. Ist nicht so, dass ich damals die Kohle gehabt hätte, um mir alle Musik kaufen zu können. Also von der Warte her, braucht man ja jetzt auch gar nicht anfangen mit irgendwelchen Schäden, die ich da verursacht habe, für irgendwen zu rechnen. Aber bei Napster war es ja gang und gäbe, dass einfach Files falsch getaggt waren. Entweder, weil irgendwelche jung aufstrebenden Bands sich selbst mehr Publicity und mehr Verbreitung verschaffen wollten. Also haben sie dann ihre MP3 genannt, was weiß ich. Britney Spears, Sexy Moaning, Erotic, XXX, Punkt MP3. Keine Ahnung. Jedenfalls war ich damals gerade in so einer Phase, wo ich versucht habe, alles an World Wrestling Federation, ich glaube, damals waren sie sogar schon WWE, ich weiß nicht. Also halt das Undertaker Theme, Triple H, das ist das volle Programm. Und einer dieser Tracks, und ich weiß es noch sehr genau, es war nämlich der Intro-Song von Breath of the Hitman Heart, stellte sich heraus als, das ist gar nicht der Intro-Song von Breath of the Hitman Heart, sondern es war tatsächlich der Track Soul Reaper eben vom Storm of the Lights Bane. Und ich habe das Ding damals gehört und hatte halt mit Metal bis dahin überhaupt nichts am Hut, null, gar nichts. Obwohl selbst mein Vater schon mehr Metal-CDs irgendwie im Schrank stehen hatte. Und ich habe das aber gehört und es hat mich einfach komplett in die Ecke gepresst. Das war sowas anderes. Und habe dann natürlich ein bisschen Hassle gehabt, rauszufinden, was es denn ist. Aber zum Glück gab es dann schon die ersten Lyrics-Seiten und ich konnte aus dem Gekreische irgendwie so zumindest einige Soundpits raushören. Habe mir dann das Album gekauft von meinem eigenen Geld, was wie gesagt nicht allzu zahlreich fand war. Und ja, das war dann mein erstes Metal-Album. Und obwohl ich lange Zeit nur dieses Album besessen habe, war der Frontmann und kreative Kopf hinter dieser Band. War für mich quasi ein Götzenbild, das anzubieten, ich überhaupt gar keine Probleme hatte. Das war so mein persönlicher Übergott. Ich wusste nichts über ihn. Ich kannte nichts außer die Lyrics, die natürlich bis zum Kissen gerade auch geneisch waren, zusammen aber mit diesem extrem kraftvollen Gesang und diesem düsteren Soundteppich, der gleichzeitig darunter, aber wenn man genau hingehört hat, da waren so Details drin, wo ich dann sehr schnell hinter die Fassade geblickt habe, von okay, das ist einfach nur Knüppel ins Gesicht, sondern da versteckt sich tatsächlich die Melodie dahinter. Und die finde ich auch irgendwie total begeisternd. Natürlich, die war sehr roh, kraftvoll auch, halt auch ein bisschen bitterbösel. Das hatte schon was. Und allein diese Kraft, diese Stimme und das, was mir die Musik, wovon ich damals ausgegangen bin, dass halt genau John Nuttwade, bin mir sicher, ich habe seinen Namen jetzt falsch ausgesprochen, aber naja, so führe ich ihn halt seit inzwischen fast 20 Jahren, nee, ja doch, doch fast 20 Jahre bei mir im Kopf, deshalb werde ich es auch nicht mehr lernen, wie er eigentlich genannt wird, also John Nuttwade, der Kopf dahinter, das war halt einfach für mich der Übergott. Allein anhand dessen, was er gemacht hat. Ein klassischer Fall von falschem Induktionsdenken, beziehungsweise Halo-Effekt. Seine Musik hat mich fasziniert, irgendwie regelrecht in den Bann gezogen und dementsprechend bin ich halt davon ausgegangen, muss der Typ halt auch irgendwie ein absolutes Genie sein, ein dunkles Genie. Bis ich dann irgendwann mitgekommen habe, dass der Mann trotz aller seiner Verdienste, die ihm vermutlich zumindest aus dieser Zeit nie übernehmen kann, eigentlich ein extremer Lappen war. Angefangen von seinen sehr, sehr verqueren Ansichten, hin zu der Tatsache, das nächste Mal hörte ich von diesem Namen, weil er in den Knast gewandert ist, weil er, jetzt muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht mit irgendjemand anders, weil er hat auf jeden Fall irgendjemanden umgebracht, wo ich mir damals auch schon dachte, ja, okay. Offensichtlich dann doch ein Apex-Gewinner-Typ. Gibt ja durchaus in der Metal-Szene Leute, die das dann als besonders True feiern. Gehöre ich nicht dazu. Entschieden. Und, naja, aber irgendwie war er halt immer noch so ein bisschen das Idol. Na ja, dann hat er, vielleicht gab es ja einen Grund, wie man sich versucht, das so irgendwie schönzureden. Und plötzlich kommt er aus dem Knast wieder raus. Dissection ist wieder auferstanden, allerdings effektiv nur mit ihm als einzigen verbleibenden ursprünglichen Bandmitglied. Die anderen hatten sich längst irgendwie auf- und davongemacht, in Anführungszeichen, sind also ihren eigenen Weg gegangen, sinnvollerweise. Ich glaube, Death Stars war quasi so ein Spin-Off, was sich da so ein bisschen ergeben hat. Ja, und da kamen halt die neuen Dissection-Scheiben raus. Und ich war total gespannt. Bin gleich in, Ich weiß es gar nicht, hatten sie die im Saturn? Nee, ich hatte mir die, glaube ich, sogar bestellt gehabt. Irgendwo musste die hier noch rumliegen. Und ich war schwer enttäuscht, weil, sagen wir mal, von der rohen Kraft war nicht mehr viel übrig. Was an sich nichts Schlimmes sein muss. Manchmal entwickelt man sich ja auch drastisch in eine andere Richtung. Aber das Album war mir einfach sehr stark belanglos. Und da war nicht mehr viel übrig von dem Zauber. Und das nächste Mal, dass ich dann was von John Ned Waid gehört habe, war, als er quasi dann Suizid begangen hat. Und sich aber auch so... Ich meine, wir sollen nicht über die Schlechten reden. Aber damals wie heute stand ich da und dachte mir so, okay, das ist aller Wahrscheinlichkeit nach der poserigste Weg, in den du gehen kannst. Also wirklich hat sich in einem umgedrehten, antikosmischen Pentagramm, was er mit Kerzen, mit 13 Kerzen, wenn ich mich nicht irre, dabei sich auf den Dachboden gelegt hat und hat sich dann da reingelegt. Und dann war es das. Und ich dachte, ja gut. Ist dann halt so. Und dann habe ich halt, in dem Moment war so das erste Mal, dass ich irgendwie gesehen habe, sei vorsichtig, wem du irgendwie mit mangelnder Informations- und Datenlage einen Idol-Status irgendwie andichtest. Das hat mir seine Musik immer noch nicht madig gemacht. Ja, und da gibt es so einige Beispiele, gerade auch im Musikbereich. Wie gesagt, da haben wir auch noch ein bisschen was in dem Toll Report Podcast, der dann hoffentlich bald released wird. So oder so, das ist also die eine Anekdote und das führt noch zu etwas. Und die zweite Anekdote ist tatsächlich ebenfalls musikbezogen, bezieht sich ebenfalls auf etwas, was mich als Mensch in einer entscheidenden Phase, also rund um die Pubertät, de facto extremst geprägt hat. Das krasse Gegenteil eigentlich, weshalb es ganz gut passt, zu Dissection. Ich habe irgendwann angefangen, ja, New Age Music zu hören. Das ist nicht nur irgendwie blödes Wortspiel wegen dem Namen, den hatte ich damals tatsächlich noch nicht einmal. Diesen Beinamen, der einfach nur eine Verkürzung meines Vornamens ist, weil der eigentlich ein Doppelname ist und praktikabilitätsmäßig, obwohl ich ihn mit Stolz trage, weil da ist eine gewisse Tradition hinter, aber er ist halt irgendwie so ein bisschen clunky. Und, ja, das wurde halt zunehmend immer weiter verkürzt. Von, ja, HP ging es dann irgendwann auch mal runter zu, einfach nur Age. Und da waren wir dann halt. Ja, also New Age hatte aber nichts damit dem Namen zu tun oder umgekehrt. Tatsächlich war es irgendwann so, dass mein Vater mal eine CD mitbrachte, und zwar die Ten Years Sat war. Das war so eine Compilation-Album von so New Age-Kram. Die halt maßgeblich von einem gewissen Oliver Shanti zusammengestellt wurde, beziehungsweise das Satwa-Label war halt das von Oliver Shanti. Und ich habe da reingehört und als jemand, der schon sehr früh sehr gerne Videospiele gespielt hat, auch Zeichentrickfilme und sogar Animes geguckt hat, und schon immer so ein gewisses Faible hatte für auch so ruhigere Sachen, für so ein bisschen Melancholie, mal irgendwie so nachdenklich, ein bisschen geruhsamer. Da hört man sich plötzlich Sachen und halt vor allen Dingen auch immer das Fantastische, immer sehr bevorzugt hat, so Slice-of-Life-Kram in der Realität. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich mit Woody Allen so genau gar nichts anfangen kann. Das ist einfach uninteressant und ich halte es für brutal überhypt. Ja, und dann kommt also halt dieser New Age-Kram daher, der einfach per Definition dafür gebaut ist, einen in andere Welten mitzunehmen. Sei das irgendwie in weite Wüsten oder in den Dschungel oder halt eben genau diese Ethnomusik, verschiedene Ethnien, die mitunter natürlich brutal klischeehaft ist. Aber, na ja. Mich hat das also diese CD damals auf eine Traumreise entführt. Das war halt irgendwie Wahnsinn. Ich habe angefangen zu hamstern und ohne Ende habe mir zu Weihnachten, Geburtstag, wann immer es die Gelegenheit gab, habe ich mir diese CDs gewünscht, weil das Satwa-Label hat tatsächlich wirklich einiges aufgelegt. Ja, und dieser Name Oliver Schranti war für mich halt irgendwie so klischeehaft. Das klingt, weil ich ansonsten mit, sowohl mit Homöopathie als auch mit irgendwie so ja, diesem Ethnokram und so sagen wir mal New Age, abseits jetzt von Musik wirklich nichts am Hut habe. Da bin ich zu sehr Realist, Technokrat, man nenne es, wie man es möchte. Aber das war halt wirklich ein entscheidender Punkt. Das war irgendwie mein Kurzurlaub im Geiste. Einfach abends, wenn ich mal nicht einschlafen konnte, irgendwie die Musik aufgelebt und zack, dann bin ich halt über den Himalaya gezogen oder in einer japanischen, traditionell mittelalterlichen, quasi Taverne eingekehrt im Gedanken und im Geiste. Das hat also die Fantasie tatsächlich beflügelt. Ja, stellt sich irgendwann raus, dass genau dieser Name Oliver Schranti, den ich halt genau mit diesen Glücksgefühlen verbunden hatte, ich glaube in über 300 Fällen ist es irgendwie belegt oder zumindest 300 Fälle wurden ihm zu Last geworfen, Kinder missbraucht hat, weil er effektiv in so einer, wenn ich mich recht, in so einer Aussteiger-Sekte, wo er dann irgendwie so eine Finca in Spanien irgendwie aufgemacht hat oder sonst was und dann mit den Leuten, die wahrscheinlich irgendwann in ihrem Leben einfach krampfhaft nach einem Halt und nach Stabilität und irgendwie nach Glauben an irgendwas gesucht haben, er sich da breit gemacht hat und dann lief das halt Jonestown-mäßig, wie es halt eben läuft. Und jo, das war so der zweite große heilige Name, der da irgendwie mit reinkam. Ende vom Lied, ich bin, was das angeht, manch einer würde sagen realistischer geworden, manch einer würde sagen zynischer. Und der Grund, warum ich das jetzt alles angebracht habe, diese langen Episoden aus meinem Leben im Zusammenhang mit der Musik, ist, dass ich eins halt irgendwie festhalten möchte, es geht mir bei den Problemen, die ich jetzt mit Warcraft reforged habe. Ganz entschieden nicht darum, dass, was tatsächlich war, ist, Blizzard einstmals für mich auch eine Bank war, der man mehr oder minder blind vertraut hat. Das ist eine der Sachen, die man am häufigsten liest und sagen wir mal, in dem Shitstorm, der momentan rund um Warcraft 3 reforged läuft, schwingt genau das mit. Nicht immer, aber sehr häufig. Momentan habe ich das Gefühl, sind wir noch nicht so richtig klar aufs Ziel ausgerichtet, ob wir jetzt Blizzard hassen oder, was aus meiner Sicht wesentlich sinnvoller wäre, ob wir da eher Activision von Activision Blizzard aufs Korn nehmen, weil das ist offen bekannt. Seit Jahren ist das, was in Blizzard passiert, nur noch begrenzt in Blizzards Hand, weil die Execs, also diejenigen, die die Entscheidungen treffen, sitzen tatsächlich bei Activision. Und so ungern ich es zugebe, weil ich mich ja damals in den klassischen Troy Report Episoden mit Scherty sehr massiv gegen dieselbe Argumentation bei EA ausgesprochen hatte und wenn auch mit einigem zeitlichen Verzug, damals hatte ich durchaus meine Argumente, ich finde die halten noch bis heute, aber mit einigem Verzug hat EA ja jetzt tatsächlich hinbekommen, auch Bioware hinzurichten, ein zweiter Name und der zweite PC-Name, der bei mir lange Zeit verbunden war mit Egal was die machen, ich kann es eigentlich blind kaufen, weil es wird geil. Mit Ausnahme von Neverwinter Nights, was ich tatsächlich völlig uninteressant fand, was allerdings auch kein Produkt für mich war, weil da haben sie explizit ja zumindest im ersten Teil vollständig Abstand genommen vom Geschichten erzählen und wollten eigentlich einen ganz normalen oder sagen wir mal schon einen Hardcore Dungeon Crawl Simulator bauen, auch mit dem ganzen Editor und so weiter, das war halt genau dazu gebaut, diese Erfahrung von ich spiele einen Dungeon Crawl RPG, nichts mit groß Gelaber, Charaktere sind nur dazu da, da sind Schwert halten und Zug knüppeln, das war die Idee von Neverwinter Nights. Was ich durchaus respektieren kann, mal was anderes machen, ist völlig okay, war halt nicht für mich, ansonsten BioWare immer eine Bank. EA hat es dann mit einigem Verzug hinbekommen, dass die Marke weitestgehend so verbrannt ist, wie es für Scherti damals im True Report Podcast ja schon damals der Fall gewesen ist, wie gesagt, ich glaube der Zeitpunkt kam dann tatsächlich ein bisschen später, aber vielleicht war ich da auch noch zu blauäugig. So, also EA hat BioWare hingerichtet und offenkundig passiert jetzt gerade genau dasselbe mit Activision und Blizzard. Das ist nicht der Punkt, der mich aufregt. Die Zeichen standen schon lange an der Wand, ich glaube 2018 hatte ich bezüglich Blizzard nochmal so einen ganz schweren Schluck auf, als sie das Ding mit Diablo Immortal verkackt hatten. Für diejenigen, die es nicht wissen, es gibt einmal im Jahr gibt es die sogenannte BlizzCon, also eine Messe, quasi eine Convention, die sich ausschließlich nur um Blizzard dreht. Und das ist in sofern erstaunlich, als dass Blizzard historisch gesehen notorisch dafür war, absolute Perfektionisten zu sein, das hat ihnen ihren Ruf eingebracht, allerdings auch dazu führte, dass die alle Jubeljahre mal irgendwie ein neues Spiel rausgehauen hat, da konnte aber gut und gerne mal irgendwie drei, vier, fünf Jahre zwischen großen Releases da sein. Ab 2004 beziehungsweise fünf, fünf war es glaube, war ja dann World of Warcraft da, wo zumindest so alle zwei Jahre noch ein Add-on rauskam oder dann halt mal ein Add-on für StarCraft beispielsweise. Also StarCraft 2 jetzt, oder Hearthstone, was dann angekündigt wurde. Aber so eine jährliche Convention, wo dann mitunter halt nur angekündigt wurde, ja, es gibt jetzt ein neues Set an Karten für Hearthstone und das und das ist die neue Season von Diablo 3. Das könnt ihr bekommen, das sind unsere Pläne. Trotzdem sind die Leute in Scharen da hingegangen, es war ein Riesen-Event und wenn da mal was Dickes kam, ich weiß bis heute noch, sagen wir mal, der Schauer, der mir über den Rücken gegangen ist, als Tykes die legendären Worte sagte zum, ja, quasi Reveal von StarCraft 2, It's It's Time. Dann war das halt immer ein Ding, weil du wusstest, wenn Blizzard was rausknallt, dann ist das instantanes Gold. Die haben einfach einen Track Record. Eine meiner liebsten Super Nintendo-Spiele war tatsächlich auch von denen, ohne dass ich es lange wusste. Die hießen nämlich früher Silicon and Synapse und die haben halt ein Spiel gemacht namens Rock'n'Roll Racing für das Super Nintendo. Was ich einfach geliebt habe. Mit Rennspielen konnte ich früher schon nicht wirklich was anfangen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, aber Rock'n'Roll Racing ging immer. Ja, aber 2018 auf der BlizzCon haben sie ein neues Diablo angekündigt. Also, das zeichnete sich vorher schon ein bisschen ab, ja, Diablo is coming und alle Leute waren natürlich gehypt wie vorher. Okay, es gibt jetzt wieder ein Major Release. Da kommt was Dickes. Und dann haben sie diese armen Gestalten dort auf die Bühne geschubst und die mussten dann allen Ernstes Begeisterung und Euphorie simulieren für das Produkt, an dem sie gerade arbeiten und es war Diablo Immortal halt ein beschissenes Smartphone-Spiel. Was vielleicht ja sogar hätte funktionieren können. Aber Blizzard ist halt eine Ur-Koryphäe des PC-Gamings. Und wenn man denen sagt, da kommt ein neues Diablo und man kommt dann um die Ecke mit Smartphone, das ist absehbar entgleist. Und das war für mich in so vielfält eine einschneidende Erfahrung, als dass das erste Mal war, dass ich das Gefühl hatte, Blizzard hat wirklich also einen kompletten Fuck-up hingelegt. Es gab sicherlich, gerade auch bei World of Warcraft gab es einige Entscheidungen, die waren unpopulär. Ich persönlich hatte mitunter riesen Probleme mit World of Warcraft, weil dieses Ding als Cash Cow zwar sicherlich gut funktioniert war und auch Game-Design-mäßig kongenial ist an verschiedensten Stellen. Es ist nicht umsonst so durch die Decke gegangen und so langlebig, wie es ist. Aus meiner Sicht hat es sehr viel eines liebgewonnenen Narrativs kaputt gemacht, nämlich aus Warcraft 3, weil ich irgendwann gemerkt hatte, dass mit jeder Expansion, mit Ausnahme von Wrath of a Lich King, was diesbezüglich viel richtig gemacht hat, vom Storytelling her, aber wenn ich mir beispielsweise Burning Crusade angucke, also liebgewonnene Charaktere aus Warcraft 3 wurden plötzlich auf Gedeih und Verderb zu Bösewichten umgeschrieben, hatten einen Heal-Turn und zwar einzig und allein nur dafür, dass man irgendwie noch ein paar Charaktere hat, die den Leuten irgendwas sagen, womit die eine emotionale Verbindung haben, die man als Raid-Bosse verwenden kann. Wir sagen mal Kaelthas. Auch Illidan, der hatte ja in Warcraft 3 haben sie ihn so genial gezeichnet als so ambivalenten Charakter. Davon ist nur ein Teil übrig geblieben in Burning Crusade. Er war dann doch ein ganzes Stückchen mehr auf Muhaha, aber das ging sogar noch. Aber Kaelthas war echt ein Unding, was sie aus denen gemacht haben. So ein zerrissener, faszinierender Charakter wie in Warcraft 3 und ja, er ist jetzt evil, weil because of na, irgendwer muss ja am Ende von Braid stehen. Ich hatte also auch meine Probleme damit, so, aber lange Rede, kurzer Sinn, dieser dieser Riesen-Fuck-up von Diablo Immortal, der war sogar nochmal eine Stufe höher als dann das zweite Event, an das ich mich auch noch erinnern konnte. Das war damals so Diablo 3 Zeiten. Was heutzutage, da komme ich dann auch noch dazu, ist das halt eh bizarr, diese Geschichte mit Diablo 3. Da hatten sie sich dann schon so einen kleinen Shitstorm eingefangen, aber ja, Diablo Immortal war halt so richtig übel. die Geschichte mit Blitzchang, wer die nicht mitbekommen hatte. Es gibt einen Hearthstone-Spieler, eines dieser Spiele von Blizzard, ein Kartenspiel, Online-Kartenspiel, ist auch durch die Decke gegangen, wie nichts Ungutes. Ja, dieser Blitzchang ist halt ein professioneller Spieler von Hearthstone, in Turnieren unterwegs und war auch sehr erfolgreich und der hatte seine Publicity halt dazu genutzt, im vergangenen Jahr seine Sympathien und seinen Support für Hongkong auszudrücken. Jetzt ist es so, dass Blizzard schon länger bei sich in den Nutzungsbedingungen und den Teilnahmebedingungen auch der Tournaments und so weiter drinstehen hat, keine Politik. Das ist eine Logik, die verstehe ich sogar, weil nichts macht dir einen Ort, der eigentlich vielleicht im Ursprung mal dazu gedacht war, dass Leute zusammenkommen, gemeinsam Begeisterung haben, miteinander fiebern, einfach Freude am Produkt haben. Schneller kaputt, als wenn du irgendwelche politischen Schreihälse irgendeiner Richtung da drin hast. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass hinter dieser Klausel ursprünglich tatsächlich der Stand war, dass sie ihr Vehikel, ihre Blizzard-Marke ungern gekapert sehen wollen würden von irgendwelchen politischen Strömungen in irgendeine Richtung. Quasi so ein bisschen ein Safe Space, wo man zum Spielen zusammenkommt und alles andere kann man mal außerhalb dieses Safe Spaces irgendwie klären. Wieder eine lustige Analogie übrigens zum Dark Toll. Die Art und Weise, wie sie es gehandhabt haben, war komplett unprofessionell und wiederum so vorhersagbar entgleist, sodass ich, selbst wenn ich in der Sache im Prinzip Verständnis zeigen würde und ich muss persönlich gestehen, dieser ganze Aufschrei im Sinne von ja und wir müssen uns jetzt solidarisieren und hier Blizzard, die miesen Schweine, die lassen sich halt von China kaufen. Die Logik dahinter war halt tatsächlich gewesen, dass Activision Blizzard natürlich auch Bock hat, in China sozusagen Geschäfte zu machen, Umsatz zu machen, dort gespielt zu werden und die Chinesen traditionell, wenn irgendwie im Ausland Leute sich zu sehr aus ihrer Sicht in ihre Angelegenheiten einmischen, dann auch gerne mal mit ein bisschen Liebesentzug reagieren. Nicht grob anders, als das die meisten anderen Länder auch machen, nur halt ein ganzes Stückchen vehementer und sie haben auch einen entsprechenden Hebel, weil der Markt ist natürlich riesig. China willst du ungern verlieren, wenn du so ein kapitalistisches Corporation Ungetüm bist. Das schlägt richtig ins Kontor. Der Vorwurf war also, dass Blizzard sich verkauft habe und diesen Blitzschank Spieler, sie haben ihn halt innerhalb kürzester Zeit dann erstmal gebannt und ihm irgendwie, ich glaube, eine Zwei-Jahres-Strafe gegeben und ganz nebenbei auch die zwei Interviewer, die irgendwie einen Vertrag mit Blizzard gehabt hatten, die also Blitzschank interviewt hatten und in diesem Interview hat er halt seinen Support ausgedrückt, die haben sie dann auch gleich mal weggeext. So quasi als Strafe dafür, dass sie es so weit haben kommen lassen. Ja, das war schon nicht so richtig cool gemacht und es häufen sich halt wirklich so die Anzeichen. Ich hatte dann im Zusammenhang mit der Blitzschank Geschichte mal nachgeguckt, ein Großteil der Gründer von Blizzard sind abgewandert, was ein tatsächliches Problem darstellt. Sie haben zwar einen der Gründer und vereinfahrnehmlich nach auch den Hauptgründer wieder zurückgeholt. nachdem der irgendwie 2004 kurz vor der Fertigstellung von World of Warcraft gegangen ist, aber am Ende hat das jetzt keinen so großen Unterschied mehr gemacht, habe ich das Gefühl oder so, nach allem, was man so im Bushfunk hört, ist es wohl mein persönlicher Lieblingsfreund Bobby Kotick, der Chef von Activision, der da großteilig die Marschrichtung angibt und auch das ganze Executive Board von Activision hat da wohl wesentlich mehr zu sagen am Ende des Tages, welche Entscheidungen getroffen werden oder welche nicht. Persönlich betroffen war ich darüber hinaus, um diese Blizzard-Geschichte mal zu einem Ende zu führen von mehr oder minder der Einstellung von Heroes of the Storm. Ich gehöre zu den wenigen Mutanten, die sich nie so richtig für League of Legends erwärmen konnten oder für Dota, aber sehr viel Gefallen gefunden haben an Heroes of the Storm. Das war quasi der League of Legends Abklatsch oder ist, streng genommen ist er es noch, aber das wurde auch komplett zurückgedreht, weil das war halt Blizzards Idee, sich in diesem MOBA-Markt irgendwie Massively Online Battle Arena heißt das ja, da irgendwie im zweiten Bildungsgang sozusagen so ein bisschen rein zu wanzen, denn ursprünglich stammt das MOBA-Genre aus einem Blizzard-Spiel, genauer gesagt war Dota Defense of the Agents war ursprünglich mal eine Fan-Map für Warcraft 3. Bam. Und daraus hat sich dann halt ein für Valve effektiv Millionen, wenn nicht milliardenschweres Franchise entwickelt, League of Legends noch einen Tacken größer. Bei Blizzard hatte das einen Anfang gefunden und das hat Blizzard dem Vernehmen nach auch immer so ein bisschen gewurmt, dass quasi dieser Riesen-Craze bei ihnen angefangen hat und sie haben nie was davon gehabt, weil die Leute dann rechtzeitig abgesprungen sind. Es wurde schneller von anderen Firmen professionalisiert. Bam. Feierabend. Genau, sie sind also dahin gegangen und haben offenkundig entweder zu hohe Erwartungen gehabt oder dann doch zu viel Vertrauen darauf gesetzt, dass der größte Vorteil von Heroes of the Storm nämlich die bekannten Charaktere, die ganze Lore, die sie da irgendwie mit reinbringen, so geliebte Charaktere, sei das aus Warcraft, sei das aus Starcraft, seien das selbst so Klassiker wie die Lost Vikings, ebenfalls ein Silicon und Synapse Game, was vielleicht einige tatsächlich noch gespielt haben, entweder auf dem PC oder ich glaube auf Amiga gab es das auch. Ja, sie haben offenkundig sich darauf gesetzt, dass sie damit genug Zugkraft haben, mobaren zu können, nicht einsehen wollend, und es hat sich damals schon gerüchtet, dass der MOBA-Markt allein mit diesen zwei Riesenplatzhürschen eigentlich schon ein bisschen übersetigt war. Und ihr Ansatz war an sich gar nicht verkehrt, weil Heroes of the Storm ist an sich wesentlich simpler und wesentlich actiongeladener als League of Legends und Dota und hat auch so ein paar Mechanismen drin, dass die Community potenziell nicht ganz so toxisch ist, weil das war immer ein Riesenproblem, ganz besonders bei League of Legends als auch bei Dota. Man kann halt viel falsch machen, es ist aber ein Team-Game und niemand freut sich, wenn er in einem Team ist mit einem Spieler, der offensichtlich noch nicht so richtig gepeilt hat, was abgeht, weshalb die Einstiegshürde in anderen MOBAs immer sehr hoch war. Das war die Chance für Heroes of the Storm. Allerdings zu glauben, dass man damit League of Legends vom Thron stoßen könnte, das stand eigentlich nie zur Debatte. Und lange Zeit sah es so aus, als hätte sich Heroes of the Storm in dieser Nische als die ordentliche Nummer 3 irgendwie arrangiert, bis Blizzard dann eines Tages halt angesagt hat, beziehungsweise Activision Blizzard, dass ein Großteil der E-Sports-Aktivitäten rund um Hotz eingestellt werden, das Team wird radikal verkleinert und damit das Spiel jetzt effektiv mehr oder minder final zur Bedeutungslosigkeit verdammt hat. Die Server laufen immer noch, sie geben sich auch noch Mühe, ich habe einen Heiden-Respekt vor dem extrem verkleinerten Dev-Team, aber wo früher alle vielleicht zwei oder drei Monate neuer Held rausgekommen ist, müssen wir jetzt halt sechs oder sieben warten, neue Maps gab es seit Ewigkeiten nicht mehr. Sie versuchen sich halt irgendwie über Wasser zu halten mit irgendwelchen Events, wo man dann immer neue Skins ziehen kann oder so. Was echt schade ist, das war lange Zeit ein sehr geliebter Zeitvertreib. Von mir ist auch mehr Zeit reingegangen, als ich im Nachgang stolz darauf bin, es zu sagen. Tja, genau dasselbe kann man rein theoretisch aber genauso und über die Zeit gerechnet sogar noch wesentlich mehr über Warcraft 3 sagen. Und damit kommen wir nun zu des Pudelskern. 15 Minuten into the game. Die Geschehnisse, die mich gestern Nacht haben wach werden lassen und mich dazu gebracht haben, mich hier hinzusetzen, um euch ein bisschen Beschallung hier einzusprechen. What happened? Vor einigen Jahren gab es eine fast schon kleine Sensation, denn Warcraft 3 ein inzwischen Asbach-uraltes Spiel, 17 Jahre hat es auf dem Buckel, möchte ich meinen, ich glaube 2003 ist es rausgekommen, wurde immer noch gespielt, aber nur von den ganz knackeharten, also gerade kompetitiv. Es gibt aber viele Spieler, so wie mich, die nie groß geladdert haben oder Battle.net oder sonst was, aber immer mal wieder gerne die Kampagne angeschmissen haben, die storytechnisch sehr genial war. Ich werde nie vergessen und gerade in den letzten 24 Stunden kam mir das immer wieder hoch, wie ich Scherti vor ewigen Zeiten bekniet hatte, als das mit dem Troll-Report damals als Zweier-Projekt losgegangen ist. Wie ich ihn bekniet hatte, ey, lass doch mal was über die Warcraft-Lore machen. Und obwohl World of Warcraft da schon draußen war, hatte ich damit wie gesagt meine Probleme und hätte es am liebsten wegignoriert. Mir ging es vor allen Dingen um Warcraft 2 und um Warcraft 3 und natürlich auch Warcraft 1, aber da hat sich die Sache erst so ein bisschen entwickelt. Aber Warcraft 2, Warcraft 3 hat mich einfach weggeblasen. Das konnte Blizzard damals wie niemand anderes Echtzeitstrategie bauen mit einer Story, die dich an den Eiern packt. Command & Conquer war immer Cheese, war halt Trash-Käse. Tierisch unterhaltsam, aber keine Story, wo man wirklich mitfiebert. Age of Empires ist halt storymäßig so gut wie gar nichts zu holen. Dafür war halt immer Blizzard da. Und ich hab ihn bekniet und bekniet und hab ihn darum gebeten, weil es gab eine Zeit, da konnte ich effektiv das komplette World of, also das komplette Warcraft-Wiki, was es damals noch nicht mal wirklich gab. Meine Wikis sind jetzt noch nicht so lange ein Ding, aber die gesamte Warcraft-Lore konnte ich zitieren als wäre es irgendwie John Maynard, das Gedicht. Ich hab in den Charakteren drin gesteckt, ich hab mit denen gelitten, ich hatte alle Warcraft-Romane gelesen, das war mein Ding. Und ich hatte auch nie das Ding, was viele sagen, ja, das ist ja irgendwie schon so Fantasy-Pulp effektiv und ist ja schon irgendwie so ein bisschen Trashy und Soap-Opera-mäßig, hatte ich nie dieses Feeling, also ich war da wirklich investiert in die ganze Geschichte. Das hat natürlich mit der Zeit ein bisschen abgenommen, logischerweise, unter anderem wegen World of Warcraft, aber die ganze Warcraft-Lore und vor allen Dingen auch Warcraft 3 ist mir halt immer noch sehr eng am Herzen und es gab halt regelmäßige Abständen, wo ich die Kampagne nochmal aufgelegt hab und nochmal gucken wollte und mich nochmal reinfallen lassen wollte darin. Und ja, etwa kurz bevor Warcraft Reforged angekündigt wurde, war es ja so, dass auf Rocket Beans Florentin zusammen mit Neo von Back to Warcraft, einer Seite, die ich damals auch noch nicht kannte, ich wusste nicht mal mehr, dass die Competitive Scene überhaupt noch existiert, wenn auch in Großteilen nur noch in China, ja, die haben halt Creepjack dieses Format gemacht und das hab ich von der ersten Folge an, kamen diese ganzen Gefühle wieder hoch, die ganzen Soundbuilds, ich hab tatsächlich sogar zum ersten Mal in meinem Leben angefangen, mich für so kompetitive Aspekte, für Builds zu interessieren, die fand ich früher übelst strange, wie gesagt, mit diesem Part hatte ich nie was am Hut gehabt, ich weiß noch, auf der allerersten Games Convention in, oh Gott, Leipzig war es, Leipziger Games Convention, da hatten sie auch ein paar Live-Pro-Spiele und ich fand das total scheiße, ich war ja so in der Lore von Warcraft drin, ne, und dann zu sehen, wie Leute irgendwie anfangen mit dem Wisp irgendwie den Death Knight zu blocken, um den irgendwie davon abzuhalten, wegzurennen und diese ganzen extrem mechanischen Begriffe, oh Triple Hero Death Coil, oh Creepjack, ähm, das hat mir immer zu sehr in die Story reingefunkt, da hatte ich so meine Probleme gehabt, durch Creepjack, das Format, bin ich selbst da noch so ein bisschen reingekommen und bam, kurz danach kommt halt die Ansage, Warcraft 3 Reforged wird released, ähm, ich und viele andere Menschen auf diesem Planeten waren extrem hyped, ich hätte wissen müssen, dass, ähm, der Name Reforged nicht daran ändert, dass es ein Remake ist, ein HD-Remake, und wie ich dazu stehe, hatte ich ja letztens in der einen Dark Souls Episode schon mal gesagt, der Track Record zeigt es inzwischen, wenn man mal von großen Spielen die HD-Remakes sich anguckt, dann habe ich das Gefühl, überwiegt die Zahl der HD-Remakes, die tatsächlich strukturell schlechter sind als das Original, schlecht angepasst, mehr Buggy, ähm, bestimmte Features fehlen, siehe Silent Hill, also eigentlich ist ein HD-Remake für mich inzwischen kein Qualitätsmerkmal, aber es hieß nicht umsonst Reforged in der Ankündigung, denn sie haben gesagt, sie machen nicht nur ein reines Upscaling und ein bisschen hübscher und so, sondern sie haben gesagt, sie wollen die Lore erweitern und ein bisschen anpassen, auch natürlich an World of Warcraft anpassen, da habe ich erst mal geschluckt, aber habe gesagt, hey, ich bin offen und außerdem kann ich ja jederzeit das gute alte Original reingucken, wenn mir der Quatsch nicht gefällt, und sie haben gesagt, ja, neue, die Cutscenes, werden überarbeitet und dergleichen mehr und tatsächlich Gerüchte anfangs sogar, kommt vielleicht sogar nochmal eine neue Rasse, die Nager wurden heiß diskutiert, der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt, das war ein richtig, richtig großes Ding und dann verging die Zeit und wer das Ganze so ein bisschen verfolgt hat, war spätestens nach der Beta, war so ein bisschen klar, das wird schwierig werden, weil sich auch da schon wieder die obligatorische Verschlimmbesserung andeuteten und dass einige Sachen, die ursprünglich mal versprochen wurden, zurückgedreht wurden, das hatte Blizzard zum Teil sogar offen kommuniziert, aber naja, so richtig mit offenen Karten haben sie dann auch nicht gespielt. mit jeder Woche, die verging mit der Beta, wo man sich immer dachte, vielleicht ist es jetzt eine sehr frühe Beta und die arbeiten mit Hochdruck ran und hauen jetzt einfach quasi mit intensivem internen Testing hauen die jetzt eine eine Update Variante nach der anderen raus und irgendwie wird das noch schön werden und dann näherte sich so das Ende 2019, wo alle sich eigentlich sehr sicher waren, dass Blizzard dort releasen würde und das wurde nicht so richtig besser und dann naja, konnte man schon grob sich denken, wohin die Reise ging. Ja, diese Woche jetzt war es soweit, das Ding wurde released, it's a complete fucking mess, das ist, man muss einfach nur bei YouTube einmal kurz googeln, Warcraft 3, das ist innerhalb von wenigen Tagen auch der bereits eingangs erwähnten auf einer Gesamtkeitsökonomie geschuldet, da findet man mehr als genug Informationen darüber, was genau oder falsch gelaufen ist. Aber auch das ist ein Punkt, der stört mich nicht wirklich, also ich habe meine Hoffnungen schon lange begraben, was ich mir gewünscht hätte, ist, dass wenigstens so ein halbwegs salonfähiger Launch bei rumgekommen wäre, dass die Hoffnung noch bliebe, dass Activision Blizzard einen Anreiz hat, zumindest ein paar Ressourcen immer noch da drauf zu legen, um es sukzessive zu verbessern. Tja, der Drops dürfte jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach gelutscht sein. Nach dem Shitstorm, den wir jetzt bekommen haben, kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass sie da im größeren Maße Ressourcen draufschmeißen werden. Wir sind aber immer noch nicht bei dem Part, der mich wirklich hat wach werden lassen und der Part, von dem ich sage, okay, das geht eigentlich über ein von wenigen Leuten, aber sehr innig geliebtes Spiel, das jetzt irgendwie nicht so schön überarbeitet wurde, wie geplant hinaus. Und das ist der Punkt, dass ich mir ganz bewusst Reforged nicht vorbestellt hatte. Und ich wollte dann gestern nur einfach mal zwischendrin in einer kurzen Pause, während ich auf eine Antwort für einen Arbeitsinhalt, den ich an einen Partner geschickt hatte, kurz auf die Antwort warten und dachte ich mir, okay, gönnst du dir mal eine Kaffeepause und schmeißt mal eine Runde Warcraft-Match gegen den Computer, einfach nur so für mich, versuche das zu starten und dann kam ein Update und ich dachte mir so, oh, ich hatte die letzten Wochen nicht mehr wirklich darauf geachtet, wann kommt denn Reforged nur, ich wusste irgendwann Ende Januar, hat es aber schon wieder vergessen und er updated halt die Thema, hey, cool, vielleicht kriege ich ja jetzt quasi die, sagen wir mal Balancing-Sachen, diese jetzt mit Reforged, was offensichtlich released wurde, ja, diese noch reingepackt haben, vielleicht ist da gleich ein neuer Patch rausgekommen, denn das war ja das große Versprechen, dass Classic-Spieler und Reforged-Spieler zusammenspielen können, weil es trotzdem eine gemeinsame Code-Basis gibt, also eine Engine hintenrum und Reforged-Spieler hätten sogar die Chance, wenn die sich das gekauft haben, auf den Knopf zu drücken und dann kriegen sie die alten Grafiken wieder, super, mach es wie es dir gefällt, die beste Variante, wie man sowas lösen kann. Einfach nur irgendwie ein Balancing-Patch oder irgendwie Network-Code angepasst. Was es im Kern gemacht hat, ist mein altes Warcraft 3 löschen und Warcraft Reforged installieren, obwohl ich sowohl den Pre-Purchase-Button als auch den jetzt gerade frisch angebrachten, implementierten Buy-Now-Button für Warcraft 3 nicht mal mit dem Arsch angeguckt habe. Weder habe ich es vorgestellt, noch habe ich es gekauft. Röms. Im ersten Moment war ich überrascht, ich hatte mich aber noch mit nichts beschäftigt, so ey, okay, er spielt hier Cinematics ab und ich dachte mir, hey, wie cool ist denn das, sind die jetzt vielleicht dazu übergegangen, Reforged als optionales Angebot für die Leute, die es bereits besessen haben, die Warcraft 3 und The Frozen Throne, die Erweiterung, schon besessen haben, dass die einfach Reforged vielleicht zumindest in der abgespeckten Variante kostenlos dazubekommen. Ich meine, ich wusste ja, dass die Beta nicht so gut verlaufen ist und ich hatte dann auch schon das Gefühl gehabt, dass Blizzard durchaus auch weiß, dass das große Reforged nicht ganz so groß geworden ist. Warum denn nicht so machen, wie es beispielsweise 2K damals mit Bioshock in den HD-Remakes gemacht hat? Okay, die HD-Remakes sind bestenfalls ein Mixed Bag, das ist sehr ambivalent. Also geben wir es einfach den Leuten, die das Spiel besitzen, einfach nochmal dazu. Wir haben es ja jetzt rumlegen, können da durch guten Willen sein, positive PR fahren und die Leute, die sich das Neue kaufen, kriegen einfach die alten Spiele auch noch mit dazu und damit kann sich jeder das ausruhen, was man will. Das ist halt Kundenfreundlichkeit. Da dachte ich mir, das ist jetzt vielleicht die Idee. Ich hatte das Spiel aber primär gestartet und dann auch geupdatet, weil ich gerne ein Custom-Game machen wollte und zwar gegen den Computer. Da hatte ich dann zum ersten Mal die Gelegenheit, mich mit der Menüführung auseinanderzusetzen und das ist einfach als UX-Typ, als Usability-Mensch wollte ich aus dem Fenster springen, wie man gedacht hat, no way. Ich habe versucht, mir zusammenzubasteln, was die technischen Gründe dafür sein sollten, so ein Menü zu bauen. Und obwohl ich jetzt kein reiner Techniker bin, ich war blank. Ich hatte nichts. Diese Menüs, also nicht nur die technischen Voraussetzungen, die notwendig waren, um so ein Menü zu erschaffen, sondern auch auf welchen Gedankengang man vielleicht dann, wenn es technisch anders gegangen wäre, auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, das ist hier eine sehr gute Menüüberfläche, die sollten wir so lassen. Ich habe knapp drei Minuten gebraucht, um das Spiel zu starten, nur um dann festzustellen, da startet man natürlich im Klassik-Modus, dass der Klassik-Modus gar nicht so Klassik ist. denn das Spiel hat zwar noch dieselben Assets, ist aber ein bisschen hochskaliert, der Blickwinkel auf die Karte ist subtil anders und es fühlt sich komplett anders an. Und das wäre eigentlich eine Sache, der will ich auf jeden Fall auch nochmal, wenn ich mich ein bisschen abgeregt habe, so ein bisschen nachgehen, aber ich möchte gerne rausfinden, woran liegt das, dass sich das so anders anfühlt. Das sind wirklich nur die kleinen, subtilen Dinge, aber ja, ich habe mir das kurz angeguckt, hat dann alt F4 gedrückt, habe gesagt, nee, komm Leute, ich starte mal lieber den alten Client, nur um dann festzustellen, dass dieser nicht mehr existiert. Es gibt für mich auch keine Möglichkeit mehr, das Spiel runterzuladen in der Klassik-Variante. Was also tatsächlich passiert war, ist, dass etwas, was ich persönlich besessen habe, was ich gekauft habe, wurde spontan beschlossen, dass ich dies nun nicht mehr haben darf. Und da kommen wir zum Pudelskern, einem Faktor, der in den meisten Videos zu Warcraft 3 Reforged aktuell angesprochen wird, der für mich allerdings den größten Skandal darstellt, denn bei allen Problemen, die Warcraft 3 hat, und ich habe noch nicht mal angefangen, wie gesagt, man möge sich einfach umgucken. Multiplayer funktioniert nicht, ist buggy wie die Hölle. Spielersuchung ist ein absoluter Albtraum. Lettern, also quasi gewertete Spiele gegen andere Spieler, wo man dann irgendwie im Rang aufsteigen kann, und dann zunehmend eine höhere Spielerbewertung bekommt, damit man dann auch gegen andere genauso gute oder noch stärkere Gegner kämpfen kann und sich dann irgendwie so hocharbeiten. Dieses typische Laddern, das, was Multiplayer motivierend macht, ist einfach nicht implementiert. Was sie nicht davon abgehalten hat, die alte Ladder mit dem klassischen Warcraft 3 einfach zu kicken. Das heißt also, gerade die Leute, die jetzt auch hyped waren, Warcraft 3 hat nochmal durch Reforged jetzt nochmal einen ordentlichen Schwung bekommen. Komplett, völlig sinnlos, vergnetzt. Es gibt momentan keine Möglichkeit, kompetitiv gegen andere zu spielen. Und das allein ist schon schlimm genug. Abgesehen davon auch die Kampagne, die rein theoretisch drin ist, kann man auch nicht wirklich spielen, weil auch die total verbuggt ist. Die Berichte mehreren sich auch mit Video beweisen, dass es Leute gibt, die halt die Kampagne versuchen zu starten und sie kommen nicht über das erste Level hinaus, weil er die Karte lädt und sie dann sofort zum du hast eine Niederlage erlitten Bildschirm, also dem Game Over Bildschirm schmeißt. Dieses Spiel hätte so in der Form nicht released werden dürfen. Es ist sehr auffällig, dass in wenigen Tagen, also ich glaube sogar heute, Blizzard ihren Quartalsbericht an die Investoren rausknallen muss, also nicht Blizzard, tut mir leid, jetzt fange ich auch schon an, Activision Blizzard. Es wurde bereits schon mal verschoben, es sollte Ende des Jahres kommen, ist jetzt gekommen, also schon einen Monat Zeit obendrauf haben sie bekommen und da wollten sie sowohl wirklich, 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 dass die Einnahmen noch in diesem Quartal für diesen Abrechnungsbericht ja da irgendwie mit reinkommen. Was irgendwo ja rein betriebswirtschaftlich noch verständlich ist. nur dann hätten sie wirklich, wirklich, wirklich den alten Client nicht kaputt machen dürfen. Oder auch das ist irgendwie wieder ein bisschen verständlich, weil sie haben Geld ausgegeben, um dieses Reforged Ding zu machen. Wie viel weiß niemand, aber ich meine, wenn es sehr, sehr viele Entwickler mit sehr, sehr viel Geld in der Hinterhand gewesen wären, die können sich auch nicht den lieben langen Tag nur an den Füßen rumgespielt haben. Also von den Indizien hier sieht es eher so aus wie relativ günstig mal ein paar Leute herangesetzt. Und wenn du dann das alte Spiel nicht platt machst, werden die meisten Leute sehen, hey, das neue Ding ist ziemlich scheiße, verpackt wie die Hölle und einfach nicht fertig. Wir gehen lieber aufs Alte. Dann hast du also das Geld, was auch immer, wie viel das auch immer das gewesen sein mag, komplett sinnlos ins Gark gedrückt. Was machst du also, um sanft darauf hinzuweisen, dass Reforged jetzt die neue definitive Edition des Spieles ist? Du killst halt einfach das Alte. Und das ist eine neue Qualität, selbst im Vergleich zu Dark Souls. Und selbst da habe ich irgendwie einen 15 Minuten Rant drauf gegeben, was ich von der HD Remaster Variante halte. Und wie sehr mich das eigentlich annervt, dass sie für so ein Produkt mit wenig Mehrwert das alte Ding aus dem Store verbannt haben. Im Nachklapp gesehen ist das eigentlich lächerlich. So viel schlechter war Dark Souls das Remaster dann auch wieder nicht. Die Leute, die Dark Souls noch nie gehabt haben, denen wird nicht aufgefallen sein, dass das Alte vielleicht einen Tappen besser war. Naja, klar, Bandai Namco hat sich für schmale Arbeit ein bisschen Geld in die Tasche gesteckt. Okay. Ich wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, dass Bandai Namco eventuell auf die Idee kommen könnte, mir meine Steam Copy von Dark Souls quasi einfach wegzunehmen. Nach dem Motto, Fakt ist Neues, wir verbanden es nicht nur aus den Stores, sondern wir löschen es auch aus allen Accounts oder ersetzen es zwangsmäßig durch unser HD Remaster. Das ist irgendwie eine neue Qualität und genau diese neue Qualität war es dann am Ende des Tages, die mich letzte Nacht hat wachliegen lassen und sehr intensiv drüber nachdenken. Denn das, was wir vielleicht aus der gesamten Sache rausziehen können, ist eine kleine Warnung. Eine Warnung, die jetzt nicht unbedingt genuin neu ist. Ich selbst gehöre zu den unangenehmen Gestalten, wenn ich mir über irgendwas Sorgen mache oder glaube, okay, in Geschäftsgebaren, gerade was Technik angeht, etc., da sind irgendwelche Missstände. Missstände, wo ich so aus psychologischer Sicht glaube, da besteht eine große Chance, dass die einfach so durchflutschen. Dass sie dann anfangen durch die Gegend zu rennen, wie so ein fieser Aluhutträger, der halbnackt durch die Straßen rennt. Wacht auf, Leute, wake up, sheeple. Siehe Windows 10 beispielsweise. Habe mir ja schon ein paar Mal zum Besten gegeben. Das Problem ist, ich habe kein sonderlich gutes Gefühl, dabei im Nachgang, wenn sich so bestimmte Ängste, die ich auch über längere Zeit lautstark mit anderen teile, wenn sich die bewahrheiten, da habe ich nichts von. Und eine Sache, die mir schon seit Jahr und Tag auf den Keks geht, eigentlich ab dem Tag, an dem Steam angefangen hat, existieren, ist die Tatsache, dass wir klamm und heimlich über die letzten 10, 15 Jahre uns komplett damit arrangiert haben, dass wir Sachen, die wir zum Vollpreis kaufen, nicht mehr besitzen. Viele Leute sehen das tatsächlich sogar als Vorteil. Ey, geil, guck mal, ich habe all meine Spiele cool in der Steam Library und habe nicht mehr diese ganzen scheiß CDs rumlegen und wenn ich irgendwas installieren will, muss ich eine CD einlegen und erst mal überhaupt die CD suchen und dann irgendwie einen Drecks CD Key eintippen. Was absolut korrekt ist. Aber das ist für mich persönlich der Unterschied zwischen Good Old Games, was ich ja bei jeder Gelegenheit nur supporte. Ich mag digital nämlich tatsächlich auch, obwohl ich auch immer noch ein Faible habe für physikalisch schön was in der Hand haben, aus Gründen, zu denen ich gleich noch kommen werde. Aber bei Steam gehört mir die Scheiße nicht. Ich habe keine Kontrolle über diese Scheiße. Bei Good Old Games bis zum gewissen gerade auch nicht. Weil wenn CD Project Red irgendwann auch mal einen Blizzard Bioware ziehen und anfangen so richtig fies abzuschmatzen, wer weiß, vielleicht wird Good Old Games dann irgendwann eingestampft. Dann, wenn dieser Service nicht mehr existiert, weil vielleicht sogar die Firma pleite gegangen ist, dann sind die ganzen Sachen, die ich gekauft habe, kann ich mir natürlich nicht mehr runterladen. Die Server existieren ja 2, das heißt, er muss nicht erstmal, wenn ich ein Spiel installieren will, wie letztens beispielsweise Die Siedler, Die Siedler 2, muss er nicht erstmal nach Hause telefonieren und fragen, ob er das tun darf, seine süßen Geheimnisse an mich dreckigen Bauern verraten und sich mir preisgeben, sondern er macht es einfach und dann ist gut. Wenn Steam irgendwann krachen geht, wird das ein bisschen schwieriger. Oder noch viel besser, wenn Steam nicht krachen geht, aber beispielsweise euren Account platt macht, aus Gründen. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann, stellen wir uns mal Folgendes vor, irgendeine weitere Offensive, beispielsweise wie bei den Lootboxen, zieht über das Land. Die Leute regen sich auf und zwar so extrem, dass sich sogar die Politik einschaltet. Kinder sind ja immer ein guter Anlass dafür. Also hier werden Kinder ausgenutzt beispielsweise. Lootbox 2.0. Und Steam ist aber aus irgendwelchen Gründen nicht bereit, Auflagen einzuhalten, die beispielsweise die EU oder meinetwegen auch Deutschland und so was bringt. Und wird über kurz oder lang gezwungen, sich aus diesem entsprechenden Markt zurückzuziehen. Entweder installiert man sich dann einen VPN oder es gibt sonstige Möglichkeiten, das irgendwie zu umgehen, dass Steam meinetwegen für Deutschland plötzlich nicht mehr verfügbar ist. Aus Gründen. Was passiert dann mit den x Milliarden Euro, die wir so in irgendwie unsere Steam Library investiert haben? Oder noch ein ganz anderes Beispiel, und das bringt uns wieder sehr nah ran an Warcraft und das ist, warum ich mir so darüber Gedanken mache. Es gab tatsächlich schon mal einen Präzedenzfall, den ich auch im Hinterkopf habe. Und zwar Afro Samurai 2 war das, glaube ich, oder? Samurai Champlut 2, nee, ich glaube Afro Samurai 2, das Spiel dazu. Das war so Gülle, dass sie es erst verkauft haben, dann sind die Leute reihenweise vom Stuhl gefallen und dann hat der Publisher zum Schluss gesagt, ey, nee, Leute, können wir nicht weiter verkaufen. Jede Einheit, die davon digital verkauft wird, ruiniert unseren Ruf und hat das Ding zurückgerufen. Und zwar der Gestalt zurückgerufen, dass sie es aus den Stores entfernt haben und sämtlichsten Besitzern aus der Library entfernt haben, wobei sie den vollen Kaufpreis zurückerstattet haben. Und schon das halte ich für einen ziemlichen Bitch-Move. Weil wenn es am Ende des Tages darum geht, den Ruf zu bewahren oder sonst was oder den Fans oder den Kunden zu zeigen, ey, tut uns leid, wir hätten dieses Ding niemals releasen sollen. Wir haben versucht, irgendwie noch ein bisschen Geld aus dem, was wir da reinversenkt haben, wieder rauszubekommen. Das hätten wir nicht tun sollen, es tut uns leid. Hier, hier ist ein Knopf, klickt den einfach an, um den Rest kümmern wir uns, ihr kriegt euer Geld wieder zurück. Wir haben es verstanden. Überhaupt gar kein Problem. Wenn es aber jemanden gibt, der sagt, es ist mir scheißegal, egal, ob dieses Spiel Gülle ist oder nicht, ich finde das so dermaßen Gülle, dass ich wieder Spaß daran habe, dann sollte das als Käufer doch eigentlich seine Entscheidung sein, bin ich der Meinung. Damals ist mir das erste Mal so richtig klar geworden, wenn du was bei Steam kaufst, kaufst du einen Scheißdreck. Dreck, du liest den Dreck für einen unbestimmten Zeitraum, und zwar so lange, wie sowohl der Publisher und oder Steam Valve Lust darauf haben, dass du es hast. Mehr ist es nicht. Jederzeit kündbar. Das war mit den Steamen Nutzungsbedingungen vereinbar. Eure Steam Library ist nicht eure Steam Library. Das Ding ist geleast. Und immer wenn ich mit Leuten darüber geredet habe, gerade mit den ganz harten Steam Apologeten, hat man immer wieder dasselbe gehört. Ja, das würden die doch niemals machen. Nee, das können die auch gar nicht machen. Das werden die auch nicht machen. Das ist Unsinn. Das passiert so nicht. Wie ich gestern bei Warcraft 3 schmerzhaft mitbekommen sollte, machen sie es doch. Sie können es machen. Und im Falle eines Falles, wenn es ins Business Model passt, werden sie es machen. Und das, was mich tatsächlich hat wach werden lassen, beziehungsweise das, was mich hat wach liegen lassen, war die Tatsache a, dass ich nicht überrascht war, weil das halt immer so ein Bedrohungsszenario ist, mit dem ich seit Jahren durch die Gegend renne. Wie gesagt, Alu-Träger. Unser gesamtes Konsumverhalten ist das Haus ist für einen Arsch. Sondern mehr oder weniger die Gewissheit, dass wir also, dass das eigentlich egal ist. Im Breiter, breitbandig ist das egal. weil ich nämlich auch festgestellt habe, es gibt mehr als ausreichend Leute, denen es scheißegal ist, dass der Quatsch ihnen nicht gehört. Es ist halt eh so, naja, ich sage mal, ich spiele die Spiele ja eh jetzt, seit fünf Jahren, ist es mir egal, weil da würde ich das Spiel ja eh nicht mehr spielen. und wir sind halt vollständig d'accord damit. Weil wir heutzutage halt auch ein wesentlich größeres Angebot haben an Spielen. Die Entwicklungszyklen sind bedeutend kürzer geworden und ja, das ist einfach das ist halt so, wie der Keks heutzutage krümelt und keine Ahnung. Ich habe auch in diesem Shitstorm über Reforged hat es mich halt erschreckt, wie wenig dieser aus meiner Sicht irgendwie kapitalste Fehler, dass also der Spieler jetzt komplett retrospektiv entmündigt wurde. Ich meine, ist das meine Denke, die zu weit von der Realität entfernt ist, wenn ich sage, das ist halt effektiv wie Raub. Etwas, was sich schon seit langer Zeit in meinem Besitz befindet, was ich bezahlt habe mit harter Münze und zwar nicht zeitlich temporär. Ich habe nicht irgendwie damals den vollen Preis für die Warcraft 3 Collectors Edition bezahlt und da stand drin, ja okay, dieser Vertrag zwischen Blizzard und dem Spieler hat eine Gültigkeit von 5 Jahren und nach 5 Jahren oder 2 Jahren oder 3 Jahren sind diese damals ich glaube 90 Euro oder sogar noch mehr, wenn es nicht gerade 110 waren, ja sind die abgegolten und danach sollte ich mich nicht mehr beschweren, weil ich habe doch mehr als genug Gegenwert dafür bekommen. Das war physisch meins bis es das nicht war und es gibt noch Möglichkeiten irgendwie das klassische Spiel zu spielen indem man sich stand jetzt den Public also den Test Test Realm Client organisiert offenkundig eine kleine ja offensichtlich hat Blizzard das übersehen weil den normalen Classic Client den kriegst du nicht mehr wenn wir den starten dann zieht er sofort wieder diese 30 Gigabyte für Reforged die ich gar nicht haben möchte die ich im Übrigen auch nicht nutzen kann denn es ist keinesfalls so, dass ich einfach ein kostenloses Upgrade auf Reforged bekommen habe nö ich habe den neuen Client bekommen das neue Spiel was de facto nicht funktioniert ich habe einen Großteil der Funktionen die ich drin hatte rausgenommen bekommen die neue Grafik also das einzige was da wirklich sinnvoll hinzugefügt wurde die kriege ich aber nur wenn ich das Spiel bezahle wo kommen wir denn dahin wir haben hier nichts zu verschenken und wie gesagt das was mich halt wirklich so umgetrieben hat weshalb ich jetzt hier ja fast die anderthalb Stunden einen Assoziationsblaster gemacht habe von dem mir jetzt schon irgendwie klar wird dass ja das vermutlich eher so ein einmaliges Experiment sein wird für die Leute die bis hierhin zugehört haben ganz vielen lieben Dank es war mir irgendwie ein Anliegen und ich musste einfach mal ein bisschen was von der Seele reden damit ich heute Nacht irgendwie gut schlafen kann ähm das ist diese ich bin völlig okay damit dass ich dasselbe tue was ich früher auch gemacht habe also dieselben Preise bezahle teilweise sogar noch mehr und ich kriege einen massiven Wertverlust also ich kriege massiv weniger dafür als es früher gewesen ist dass wir uns das inzwischen schön geredet haben oh jetzt habe ich nicht mehr diese ganzen Boxen rumstehen ähm ja die hätte man auch wegschmeißen können schmerzfrei und in den meisten Fällen klar wäre das jetzt nicht wirklich umweltbewusst gewesen aber die paar Pappkartons hätte man vielleicht gerade auch noch überlegt die kriegt man auch noch ganz gut recycelt so die Publisher sparen massiv dadurch gerade bei kleineren Studios glaube ich ist dieser Digitalwandel auch nötig gewesen weil sie sonst einfach nicht mehr hätten kompetitiv sein können wenn sie immer noch die CDs pressen müssten und der Boxen dafür hinstellen aber ja weiß ich nicht das ist einfach glaube ich am Ende des Tages egal das weil wir auch extrem kurzlebig allgemein bei uns geworden sind wir leben in unserem Konsum und wenn ich jetzt wir sage dann meine ich halt das was ich irgendwie sehe wie große Teile der Gesellschaft funktionieren oder offenkundig funktionieren müssen weil sonst hätten wir nicht Strukturen wie wir sie hätten ne vote with your wallet war schon immer ein Ding gewesen äh ja dass wir halt so kurzlebig sind dass dieses ach ich muss doch gar nichts mehr besitzen Hauptsache ich hab die nächsten zwei Monate Spaß und ansonsten YOLO live for the moment wir sind alle Teil einer Spreequellwerbung volle Pulle ähm das ist irgendwie okay und diese gesamte Entwicklung ab und zu hat man mal so ein Leuchtfeuer für Entwicklungen die lange sich abgezeichnet haben weil sie immer nach demselben Muster funktionieren ich hatte vorhin angesprochen Diablo 3 was gab es damals für einen Shitstorm bezüglich Diablo 3 dass man für Diablo 3 immer on sein musste das wurde angekündigt und die Leute sind durch die Decke gegangen seid ihr bescheuert oder was so Kundengängelung das war das Wort keine zwei Jahre später und auch dafür halte ich Steam und Valve persönlich verantwortlich haben wir uns vollständig damit arrangiert zum Einführungszeitpunkt einmal kurz husten und danach mit den Schultern zucken und es akzeptieren und nicht nur das machen sondern uns auch noch dermaßen in Stockholm-Syndrom begeben dass wir sogar anfangen für diese Verhaltensweisen die man vorher vielleicht abgelehnt hatte oder wo man zumindest eingesehen hat dass es eigentlich keine so coole Idee ist wo man verstehen kann warum sich andere Leute denen es vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Sack geht als einem selbst warum die sich so aufregen vielleicht stört es mich jetzt nicht so aber ich verstehe sehr gut warum der nächste Typ wirklich angepisst ist deswegen von diesem Status sind wir binnen kürzester Zeit dazu übergegangen und sogar noch Rechtfertigung auszudenken warum das irgendwie doch an sich schon ganz okay ist diese Scheibchentaktik findet man wenn man genau hinsieht sehr sehr häufig bei Dingen die erstmal unpopulär sind die beste Variante wie man sowas irgendwie machen kann und einführen kann ist indem man es mit etwas bundelt worauf die Leute wirklich Bock haben wo der Verzicht wirklich schwer ist Steam hätte niemals existieren können ohne Counter-Strike und ohne Half-Life 2 wir erinnern uns an den Shitstorm von Diablo 3 und auch Steam war always on Half-Life damit ging die ganze DRM-Scheiße los vorher hatten wir eben so nervige Sachen auf unseren gepressten CDs DRM-Dreck Securum dieses komische wie hieß das Star Starforce ja Starforce müsste es gewesen sein die irgendwelche scheiß Schnüffelsoftware oder irgendwelche nah am Trojaner gebauten Zusatz Programme ohne unser Wissen installiert haben um ja zu gucken dass wir ja eine originale TD einlegen schon das war übel aber dieses entweder telefonierst du regelmäßig mit uns oder es gibt knallhart einen Liebesentzug und du kannst das Spiel nicht starten das haben wir dann relativ schnell akzeptiert DLC Kram was gab es für einen Aufschrei bei Elder Scrolls Oblivion die Taktik die gerade bei Videospielen längst nicht nur da in der Politik gibt es ein Füllhorn von Beispielen aber auch bei Videospielen funktioniert ist du musst am Anfang dreist sein du darfst nicht also wichtig ist dass du nicht so dreist bist dass du den ersten Shitstorm nicht überlebst und dann kannst du es nochmal machen du kannst vielleicht sogar eine Abschwächung deiner Dreistigkeit dann verkaufen als ey wir gehen voll auf dich ein so funktionieren Kompromisse wenn ihr einen für euch guten Kompromiss mit irgendjemandem schließen wollt setzt eure Ursprungsforderung völlig überzogen an etwas von was ihr niemals erreichen könntet euer Gegenüber kann auf so eine dreiste Forderung nicht eingehen darum geht es aber auch nicht weil wenn man einen Kompromiss miteinander aushandelt dann rutscht man selbst ein Stückchen mehr zur Mitte und der andere rutscht auch noch ein Stückchen mehr zur Mitte und wenn man ausreichend weit rechts oder weit links angefangen hat dann ist die Mitte auf die man sich am Ende des Tages einigt immer noch ausreichend nah dran an dem was man wirklich haben möchte und schon funktioniert das nicht anders ist es bei diesen Geschichten DLC Elder Scrolls Oblivion wenn man sich anguckt was es damals für einen Stress gab was da für Geld abgerufen wurde dafür dass man ein goldenes Rüstzeugzeug für ein Pferd hat erzählt das heutzutage mal einem League of Legends Spieler erzählt das mal einem FIFA Spieler dass damals zu Elder Scrolls Oblivion Zeiten Leute auf die Barrikaden gegangen sind weil der Entwickler es gewagt hat für ein Vollpreisspiel ein völlig optionales rein kosmetisches Item anzubieten zum völlig überzogenen Preis zweifelsohne erzählt das mal mit Space 3 Spieler es gab Stress Leute sind zurückgerudert anschließend probiert es der nächste und irgendwann ist man weichgeklopft irgendwann kommt dann die eine Offerte die so gut ist ich glaube bei DLC war es ganz massiv auch dieser ganze Free-to-play Kram ich kann es historisch nicht belegen aber so war mein Gefühl was zumindest bei mir auch geherrscht hat ich habe DLC immer wirklich sehr sehr kritisch gesehen und dann kam aber irgendwann dieser Free-to-play Kram ey du kriegst ein Spiel und kannst es spielen erstmal und nur wenn du dir bestimmte Vorteile verschaffen willst oder ja vielleicht mal dein Lieblings Mech in Mech Warrior oder dein Lieblings Held in Heroes of the Storm ganz besonders rausputzen willst dann nimmst du halt mal ein bisschen Geld in der Hand holst dir einen Erfahrungsbooster oder sowas aber du musstest ja nicht und das Spiel macht wirklich Spaß und irgendwann stehst du da ja irgendwer hat die Dinge auch entwickelt und ich habe jetzt so viel Spaß mit dem Spiel gehabt gibst du halt mal ein bisschen was damit aus auf eine gewisse Art und Weise ist damit aber auch der Bann gebrochen ich habe nachdem ich angefangen hatte diese Free-to-Play Spiele zu spielen nie wieder diese extreme Aversion gehabt wenn mir irgendein Typ mit dem DLC um die Ecke kommt und nach dem fünften Shitstorm bei Sachen wo völlig klar war dass sie DLCs dabei hatten die schon zum Veröffentlichungs Zeitpunkt da waren die sie einfach rausgeschnippelt hatten aus dem Spiel um sie anschließend nochmal verkaufen zu können extra nach dem fünften Shitstorm flasht es halt auch nicht mehr so dann akzeptieren wir es halt dann ist es okay und ich glaube im Nachgang haben wir letztendlich auch was diese Besitzverhältnis Geschichten angeht haben wir jetzt auch so langsam daran gewöhnt dass es jetzt kein Problem mehr ist bis es einen trifft mich würde mal wirklich interessieren was passiert also wenn ihr euch euer liebstes Spiel vorstellt ein Spiel was ihr nicht nur mal zwei Wochen spielt sagt es war ein ganz cooles Spiel und danach verrottet es bei euch in eurer Steam Library sondern ein Spiel womit ihr immer noch was verbindet ein Spiel vielleicht was ihr immer mal wieder anpackt wenn ihr sagt ihr seid gerade richtig down ihr müsst mal ein bisschen in positiven Erinnerungen schwelgen braucht jetzt einfach mal ein paar Good Vibes oder ihr wollt es einfach nur nochmal genießen nur um dann plötzlich festzustellen Shit ich hab vergessen das zu kaufen genauer gesagt hatte ich gedacht dass ich es gekauft hätte hab's aber gar nicht gekauft ich warte und keine Ahnung irgendwie würde ich hoffen so mobile das klingt dass sich das Modell was Blizzard jetzt unter Beweis gestellt hat dass genau das geht dass ich mir nicht mehr ganz so Aluhut mäßig vorkommen muss dass ich die ganzen Jahre durch die Gegend gerannt bin und sage Steam verkauft euch nichts Steam verliest euch Sachen und zwar aus Gottes Gnaden Gabe Newells geladen dass ich damit halt nicht ganz so falsch falsch gelegen habe und ich glaube für mich wäre irgendwie auch relativ wichtig mal ein Gefühl dafür zu bekommen okay ist man irgendwie gefühlt so der einzige ist das wirklich so ja keine Ahnung vielleicht gibt es jetzt hier die drei vier Leute die das hier maximal hören werden dass sie dann sagen du pass auf das ist mir wirklich scheißegal interessiert mich nicht es interessiert mich nicht mehr dass ich keinerlei Filme mehr besitze weil dazu habe ich ja Netflix ist mir scheißegal dass ich keine Musik mehr besitze dafür habe ich auch Spotify beide haben noch den riesen Vorteil die wissen immer was sie wollen was sie so oder so die wissen immer was ich will und am Ende des Tages wäre es mir auch scheißegal wenn irgendwann mal rauskommen würde dass Netflix eben genau nicht weiß was ich will sondern dass ich irgendwann dazu übergegangen bin das zu wollen von dem Netflix will dass ich es will so wie es bei Spotify ja beispielsweise schon passiert ist das muss jetzt schon zwei Jahre her sein wo dann rausgekommen ist dass sagen wir mal die Algorithmen die herausfinden die dich persönlich kennenlernen dein tiefstes Inneres erforschen die quasi deine Seelen Partner sind weil sie immer genau wissen welche Musik du haben möchtest durchaus auch so optimiert sind dass bestimmte Alben von den Spotify ein Interesse hat dass sie gut ankommen vielleicht eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit haben dass sie bei dir landen wo eine Menge Leute dann auch gesagt haben ach ja das ist irgendwie an sich nicht so nice aber am Ende des Tages interessiert mich ausschließlich ob ich irgendwie Möcke höre die ich nice finde und wenn ich das Drake Album was mir hier quasi unter gemogelt wurde wenn ich das auch geil finde dann ist cool und wenn nicht dann klicke ich halt weg mir doch egal das ist ein gangbarer Weg genauso wie es ein gangbarer Weg ist halt zu sagen du das ist mir scheißegal wenn jeder als Spiele Publisher oder jede Spiele Plattform mir jederzeit meine Spiele unterm Arsch weg wipen kann interessiert mich halt einfach nicht zocke ich was anderes oder zocke gar nichts so wichtig ist mir das inzwischen halt auch nicht mehr alles waren jeder Ansichten will ich überhaupt nichts gegen sagen ich stelle mir halt immer bloß die Frage ob wir das am Ende des Tages ja keine Ahnung ob wir die Kontrolle die wir vielleicht mal über das hatten wofür wir Geld ausgegeben haben vielleicht ein bisschen leichtfertig aufgegeben haben und zum Falle eines Falles im Sinne kognitiver Dissonanzreduktion ein bisschen voreilig versucht haben die schlechten Gefühle oder vielleicht sogar keine Ahnung Gewissensbisse die vielleicht irgendwann mal hätten entstehen können dadurch weg zu rationalisieren dass wir uns darauf konzentrieren wie schön usable und wie gut unsere User Experience vorne rum ist und nicht so intensiv über die Kosten nachgeguckt haben die das ganze mit sich gebracht hat keine Ahnung genau das sind halt irgendwie so die Gedanken die mich da gestern wachgehalten haben ist es so dass ich einfach so dermaßen veraltetes Modell von pretty much everything im Kopf habe und diese Probleme die ich da sehe die ich mir selber mache den Kopf den ich zerbreche tja einfach ein Fall ist von ja geh mal mit der Zeit daddy yo ich glaube ich bin halt auch ein ganz massiver Typ dafür dass man sagt viele schlimme Dinge über Psychologen ja die wollen ja nur andere analysieren die wollen ja nur sich selber analysieren die Hälfte von Psychologiestudenten haben ja selber einen Knacks und versuchen sich nur selbst zu therapieren muhahaha aber so ein bisschen Berufszombie ist man ja immer und wenn man einmal mal angefangen hat sich ein bisschen damit zu beschäftigen was für Manipulationsmöglichkeiten es tatsächlich gibt und man hat irgendwie noch so ein kleines bisschen ja kleine Ahnung Rest-Ehr-Gefühl oder Moral und Anstand irgendwie im Leib dann fängt man halt anzunehmend allergischer darauf zu reagieren wenn man diese Mechanismen ähm dann irgendwie so live in Action sieht und wehe wehe wenn ich auf das Ende sehe wie gesagt man stellt sich nur mal vor stellt euch jetzt euer Lieblingsspiel vor stellt euch mal euer Lieblings meinetwegen wenn ihr eine Konsole habt so weit müssen wir nicht mehr gehen sagen wir mal euren Laptop dasselbe Modell wofür wir Steam feiern machen wir euren Laptop ihr arbeitet damit und eines Tages ähm bricht irgendjemand in eure Wohnung ein klaut euren Laptop aber nehmt ihn nicht einfach nur mit und Schüssikowski das war's sondern er stellt euch einen brandneuen hin der hat eine etwas schlechtere Akkulaufzeit ähm Festplattenspeicher ist nicht so groß das Display schafft im Gegensatz zu eurem alten nicht ganz 1920x1080 ist aber auf jeden Fall neuer ähm und wer weiß vielleicht wird er noch besser oder nicht es ändert nichts an der Tatsache dass diejenige Person dieser Laptop Hersteller bei euch eingebrochen ist und ohne euer Wissen das Gerät ausgetauscht hat und ich weiß nicht ob diese Trennung vielleicht sagt der ein oder andere jetzt an der Stelle ja es ist sowas völlig anders so ähm ich muss mich immer an die schlauen Worte erinnern die Gabi damals mein Gast bei Tim Ersten und leider bisher Einzigen es grämmt mich gar so sehr auch wenn das hier eventuell ein wesentlich unkohärenterer viel zu spät aufgenommener und ein bisschen daher geschwafelter es grämmt mich gar so sehr Nachfolger sein könnte aber Gabi hatte damals so schön gesagt äh und das war anno 2000 äh lassen sie mich nicht lügen 14, 15 irgendwie so in die Schussrichtung ähm das ist eines der großen Probleme beim Urheberrecht darin besteht dass wir im Kopf und auch als Gesellschaft nie so richtig die Transition geschafft haben von ich habe irgendwie ein Hardware Produkt also Hardware jetzt wirklich so ich kaufe mir einen Stuhl ich kaufe mir eine Gabel ich kaufe mir ein Buch zu digitalem Schisse wie gehen wir damit um ist das streng genommen dasselbe ist das was verschiedenes und wenn wir dieser Logik mal folgen ähm das was ja sagen wir mal unter anderem auch die Spieleindustrie und die Urheberrechtsleute ja sowieso sagen ist ja es gibt einfach strukturell keinen Unterschied wenn ich ein Buch im Laden klaue bin ich ein Dieb wenn ich eine MP3 im Internet runterlade sie bekomme ohne dafür bezahlen bin ich genauso ein Dieb das ist absolut eine Sichtweise die kann man erstmal so hinnehmen nur wenn wir diesen Standard anlegen sehe ich wirklich nicht den Unterschied zu zu ja mir wird halt mal in Worldcraft 3 geklaut wenn von eurer Seite die wenigen die das hier vielleicht noch bis Ende gehört habt ähm wenn euch da irgendwas durch den Kopf schießt generell das wäre das coolste was aus diesem kleinen Experiment vielleicht hervorgehen könnte wenn ihr dem Leitgedanken des Assoziationsblasters folgend jetzt irgendwie sagen würde hey an der Stelle sehe ich das grundlegend anders hier hast du vor allen Dingen einen logischen Schlussfolgefehler gemacht man kann anderer Ansicht sein wie gesagt wenn ihr sagt ist mir doch egal ob ich die Scheiße besitze oder nicht ich habe drei Monate damit Spaß und danach landet es bei mir eh in der Ecke und ich schaue es den Rest meines Lebens mit dem Arsch nicht mehr an es ist wirklich absolut legitim ich habe nichts ich bin da blank ich kann euch nicht sagen warum meine Einstellung diesbezüglich besser sein sollte als eure wenn ihr diese eben genannte Einstellung fahren solltet ich gehöre halt zu den Menschen also meine Lieblingsbücher habe ich glaube schon vier oder fünf Mal gelesen meine Lieblingsfilme so die Top-Titel die ganz oben sowas wie Watchmen VW Vendetta Prinzessin Mononoke dergleichen mehr Leon der Profi der kann ich inzwischen nicht mehr erzählen wie häufig ich die gesehen habe so ist wahrscheinlich jeder nach seiner Fasson aber vor allen Dingen interessant wären für mich halt logische Argumente wenn du sagst hey okay deine Metapher mit Steam liest uns die Sachen das siehste falsch oder hey nee das mit dem Kontrollverlust den du da siehst das sehe ich nicht aus den und den Gründen das fände ich das Spannende da würde dann am Ende des Tages ja sogar noch ein Erkenntnisgewinn bei rauskommen denn ja das ist eine der Sachen die mir auch immer ganz wichtig sind niemand kann sich irgendwas davon kaufen ernsthaft kaufen wenn er recht hat ich kann mir streng genommen nichts kaufen wenn jetzt irgendjemand dahin geht und sagt den ganzen Blödsinn den ich jetzt hier gequatscht hab oder sagen wir mal zumindest in der letzten eine und eine Viertel Stunde gequatscht hab rund um das Thema oder naja vermutlich eher eine halbe Stunde wir hatten einen sehr großen Vorlauf ja da hast du ja total recht und ich bin ja jetzt bekehrt ohne das weiter zu reflektieren da hab ich nichts gewonnen da hat derjenige nichts gewonnen wenn mir jemand richtig Paroli bieten kann und das aber halt mit Argumenten und ja irgendwie mir aufzeigen kann hey hier an der Stelle hast du falsch gelegen bin ich super dankbar dafür würde ich mich wirklich freuen das ist nicht nur ein Lippenbekenntnis weil just an der Stelle ja haben dann sozusagen beide Seiten irgendwie einen Erfahrungsgewinn von der Warte her würde ich mich freuen die meisten Leute die das hier hören könnten werde ich über kurze Anlage ja eh wahrscheinlich im Real Life sehen ähm wenn ihr das Thema auch interessant findet oder wenn dieser kleine Assoziationsblaster vielleicht dazu geführt hat dass auch bei euch kurz im Köpfle irgendwas gefeuert hat was dann immer raus will dann ja würde ich mich darüber sehr sehr freuen es war ein langer Tag ich denke mal ich werde mir das Ganze hier einmal auf jeden Fall anhören um zu gucken ob es jemals das Licht der Welt erblicken wird oder nicht ähm ich bin beim Runden gerade zweimal fast schon eingeschlafen weil es ist jetzt doch wieder mal sehr sehr spät vielleicht hört es vielleicht nicht vielleicht nehme ich es nochmal neu auf vielleicht nicht ähm falls ihr das hier zu hören bekommt ganz ganz vielen lieben Dank dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm ja wie immer lasst es euch gut gehen das ist euch gut das ist euch gut ich auch das ist euch gut